Disclaimer Oder die Spielwelt zu erleben kann Von deinen Erfahrungen und Erinnerungen Teils erheblich abweichen Lass uns unsere Erlebnisse Wir laden dich ein Sie mit uns neu zu erfahren Solltest du Handlungsstränge erkennen Bitten wir dich Wenn es denn unbedingt sein muss Diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren Beim Spiel Kann es zur Thematisierung Verschiedenster Ismen kommen Sollte dich eine Thematik Oder eine Verhaltensweise stören oder triggern Bitte achte auf dich selbst Und spule vor Zurück Überspringe eine Folge Oder schaue etwas anderes Aber bitte Quäle dich nicht mit dem Was wir hier tun Denn diese Runde soll sowohl Für SpielerInnen Als auch für euch ZuschauerInnen Zur Unterhaltung da sein Auch und gerade bei Themen Die schwierig sein können Bitten wir dich absolut Zwischen gespielten Charakter Und SpielerInnen zu unterscheiden Alles ist fiktiv Nur ein Spiel Fühlt euch frei Charaktere oder Plotlines zu mögen Oder nicht zu mögen Aber übertragt diese Gefühle Niemals auf SpielerInnen Vielen Dank Und nun Viel Spaß mit der Runde Überrasch RegelInnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 sich die alten Lebensweisen noch erhalten hat und nur auf den Moment wartet, irgendwie die Befreiung lostreten zu können. Noch ist gerade die Rabenmark besetzt durch die Anhänger Tagunitots. Der untote Drache Razzazzor hat hier lange geherrscht, bis er dann gefallen ist. Und momentan wird die Rabenmark beherrscht von einem Nekromantenrat, Totenbeschwörer. Der Name ist ein bisschen missverständlich, weil es sind nicht alles Nekromanten, die in dem Nekromantenrat sind, sondern der Nekromantenrat ist eigentlich nur ein Name für Stadt oder Stadtherren, Fürsten, wie man auch immer sie nennen möchte, die über die verschiedenen Landstriche der Rabenmark herrschen und sich dann zu einer Art Rat zusammengebildet haben. Ursprünglich waren das alles Nekromanten, wahrscheinlich daher der Name, aber inzwischen sind dort auch keine, also auch nicht magiebegabte Menschen vertreten in diesem Nekromantenrat. Eines haben sie allerdings gemeinsam, sind alle immer noch, ja, auf den Spuren Borbarats beziehungsweise auf den Spuren Tagunitots unterwegs. Die Ostrabenmark ist auch weiterhin sehr verändert gegenüber der Westrabenmark. Die Besatzung dauert nun schon, ja, fast zwei Jahrzehnte und da ändert sich die Lebensweise vieler Menschen und die Menschen hier in der Rabenmark sind es gewohnt, ja, besetzte Gebiete zu haben. Denn, ja, hier war oft Krieg und auch schon vor Borbaratszeiten und so hängen die Menschen hier eher an ihrem Leben als an ihrem Glauben und an ihren, ja, in ihrer Lebensweise. Das heißt, sie tun das, was nötig ist, um zu überleben. Und das schließt in dem Fall in der Ostrabenmark halt auch ein, dass man sich auf die dunklen Götter einlässt, die mit den Besatzertruppen Borbarats gekommen sind. Ja, das mal ganz grob so als Beschreibung des Settings für euch, falls ihr das noch nicht wisst. Und wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, für jeden Charakter nochmal durchzugehen und nochmal ganz kurz vorzustellen, wer dieser Charakter ist. Aber ganz minimal kurz, irgendwie so ein Spotlight, irgendwie können wir euch einen kleinen Durchlauf, einen kleinen Schnelldurchlauf mal geben. Ähm, ihr seht ja auch unten eingeblendet in der rechten Ecke, was sie für Charakterklassen spielen. Das ist ein bisschen, naja, ähm, missverständlich, weil dadurch, dass sie zum Widerstand gehören, sie nicht offen Amazone oder Weismagier zum Beispiel sind. Auch per reine Novize dürfte, wenn man das offen praktiziert, in der östlichen Rahmen mag auch eine schlimme Sache sein. Aber, äh, vielleicht stellt ihr ganz kurz prägnant nochmal irgendwie für die Zuschauer da, wer denn eure Charaktere sind, damit die kurz gleich, ähm, grob wissen, ähm, was sie erwartet. Fangen wir am besten mal, von meiner Sicht aus gesehen, rechts an, dann sind wir bei Elena. Ja, Elena ist eine, ähm, betreibt im Dorf die Schmiede, die hat sie übernommen von ihrem Vorgänger, der, bei dem sie auch untergekommen ist die letzten 16 Jahre. Sie ist so um die 1,65 groß, hat entsprechend, weil sie Amazone war, immer noch sehr athletischen Körperbau. Ihre Haare sind dunkelbraun, ebenso wie ihre Augen. Und ihr, sie hat, vom Aussehen ist sie halt nicht typisch die Mittelländerin, sondern sie hat einen südländischen thulamidischen Teint, also ein bisschen dunklere Haut. Und sie ist, ähm, ja, hat auch noch eine kleine, eine kleine Tochter, die um die zehn Jahre alt ist. Und ist im Dorf eben als Schmiedin bekannt, wo sie dann eben die Leute mit Waffen versorgt oder auch die Waffen dann für die Weichwachen und so repariert. Ja. Astanio. Also, Astanio merkt man nicht an, dass er ein Weißmager ist, aus guter Vorsicht heraus. In dem Dorf, dadurch, dass Astanio recht gealtert aussieht, hat er die, sozusagen, die Aufgabe des alten Lehrers genommen. Ist ein bisschen der mürrische Menschentyp, ähm, ein bisschen, äh, ja, der scheltende Lehrer und unterrichtet größtenteils die Kinder in Schreiben, Lesen und was man irgendwie noch dazu braucht, um zu überleben. Ähm, das Einzige, was an diesem Kauz wirklich sonderbar ist, dass er jeden Morgen anfängt zu tanzen. Ganz, ganz eigenartig. Äh, und, äh, ansonsten, ähm, sich mit der Schmiedin öfter mal irgendwie die Köpfe einschlägt und keiner versteht ganz genau warum, aber lass den alten Sack da mal machen. Eigenartig. Jetzt, jetzt hab ich, äh, Bilder in meinem Kopf vom Lombarder-Tanzenden Astanio. Ja, ähm, Jandrick. Eigentlich hätte Jandrick Eichbaum ein Novit, ein Geweihter des Gaugeritenordens werden sollen, doch die hochgeweihte Borondria hat ihn auf eine andere Mission geschickt. Tief ins Feindesland ist er gezogen, um einen Brief abzugeben. Das ist schiefgegangen. Irgendjemand hat dann doch entschieden, dass es besser ist, ihn tot zu sehen und die Rückantwort, den Brief, den er dann doch mitbekommen hat, verschwinden zu lassen. Kurz, auf dem Weg nach Hause, zurück auf die andere Seite des Walls, wurde er angegriffen und liegt nun im Sterben. Er ist ein junger Mann, hoffnungsvoll, ehrgeizig und völlig und gar nicht der Sache gewachsen, die sich ihm hier offenbart. Osko Gerdenthal ist auch ein junger Mann von 22 Jahren mit schulterlangem roten Haar und ebenso wie Jandrick hätte er auch bereits schon ein Gewalter der Perrine sein können. Allerdings hat sich das Schicksel etwas geändert. Er ist mit seinem ehemaligen Meister, Ramir, dem Drei-Schwestern-Orden, hat er sich angeschlossen und seine Weihaufgabe bestand darin, in den Osten zu reisen und die Ostramark, die besetzten Gebiete, denen wieder Hoffnung zu schenken und Frieden zu bringen und sich von der Besatzung zu befreien. Was ihm allerdings auch nicht gelungen ist. Auch er und die Truppe, mit der er dort angekommen ist, sind der Aufgabe nicht gewachsen gewesen und über Umwege kam er dann in das Dorf, mit dem wir spielen und übernimmt da die Aufgaben des Krämers. Also ich betreibe einen kleinen Laden, sowie ab dem späten Nachmittagabend bin ich auch gleichzeitig als Wirf tätig. Ich gebe Speis und Trank aus und meistens abends bei mir tummelt es sich dann in meinem Haus. Mora Ja, Mora ist eine junge Frau, Mitte, Ende 20, die in der Ostramark als fahrende Händlerin bekannt ist. Sie ist damit in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und ihr Ruf ist nicht sonderlich gut, aber sie tut auch nichts, um das zu korrigieren, weil manchmal ist es besser, verschrien zu sein, als verraten und insgeheim ist sie auch zwölfgöttergläubig, was sie natürlich niemals zugeben würde und wenn man sie sehr gut bezahlt, kann sie einen über den Wall bringen. Oder besser am Wall vorbei. Also es gibt Wege, die in den Westen führen, allerdings sind die erstens gefährlich und zweitens unglaublich erschwerlich. Jandrik und Mora können da ein Riechen von singen, auch Osko hat es kennengelernt, wie schwierig die Reise ist. Astanio kommt aus Beilung, das heißt, er ist wahrscheinlich noch nie gezwungen gewesen, durch das Gebirge dort zu reisen und genauso Elena, die ASQ mit stammt, die werden da eher wenig Berührungspunkte mit gehabt haben, mit den schwierigen Wegen. Ja, jetzt seid ihr im Bilde, mit wem wir was hier zu tun haben und ich schicke noch mal ganz kurz an euch im Chat raus, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, wir werden jetzt gleich in die Spielwelt eintauchen und es nimmt es mir nicht krumm oder uns nicht krumm, wenn wir euch nicht direkt irgendwie antworten. Nach dem Spiel können wir nur kurz 10-15 Minuten hinten dran hängen und dann irgendwie ein bisschen was bequatschen miteinander. Das heißt, nehmt es uns nicht übel, wenn wir auf euch eure Chat-Kommentare nicht groß eingehen können. Was ich aber gerne von euch hätte da draußen, falls irgendwie Tonprobleme sein sollten oder so, meldet euch sofort, schreibt es in den Chat. Ich habe auf jeden Fall ein Auge drauf und dann kann nicht, dass es auch beheben. Also, ich achte schon auf das, was ihr da schreibt. Ich werde nur wenig bis gar nicht antworten, dass ihr da Bescheid wisst. Okay. Dann begeben wir uns in die Ostrabenmark. Wir schreiben das Jahr 1037 nach Bosporans Fall. Unser Blick wendet sich auf ein kleines Dörfchen tief im Westen der Ostrabenmark. Das Dorf war mal groß, war mal eine Stadt fast, ist nun geschrumpft. Man sieht die Überreste der zerstörten Häuser. Man sieht zerfallene Zäune, Ackerland, was kein wirkliches Ackerland mehr ist und ein paar verbliebene Gebäude. Nicht viele, aber ein paar. Halbwegs entstand, halbwegs gepflegt. Ein paar Bauernhäuser, ein Krämerladen, eine Schmiede, alles, was man für ein kleines Dorf zum Überleben braucht, ist vorhanden. Aber in keinem guten Zustand, wie so viele Dörfer und Städte hier in der Ostrabenmark, auch wenn es die Obrigkeiten nicht zugeben wollen. Immer mehr Leute haben Neue Ogren Wacht, so ist der Name des Dorfes verlassen in den letzten Jahren. Gekommen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben im Westen, dann vertrieben durch verschiedene Schicksalsschläge. Ihre schnell errichteten Häuser sind inzwischen abgetragen oder zerstört. Man hat das Baugut für anderes gebraucht oder vielleicht sogar verkauft an den Meistbietenden. Das Überleben ist hier wichtig und man sieht es auch in den Gesichtern der Menschen, die hier unterwegs sind. Tiefe Furchen graben sich in die Gesichter. Sie sind nicht zwingend übellaunig oder unterdrückt, aber man merkt, dass ihnen eine Last auf den Schultern liegt. Nur die Kinder im Dorf kennen es nicht anders. Zeit ihres Lebens haben sie hier in Neu-Ogren-Wacht gelebt und kennen nur diese Situation, wissen nicht, warum ihre Eltern so sind, wie sie sind. Und viele Alte gibt es hier auch nicht mehr. Astanio ist einer der Älteren, vielleicht sogar der Älteste im Dorf, man ist sich da nicht so ganz sicher, denn was sein Alter angeht, ist er sehr zurückhaltend mit Zahlen. Jandrick ist vor kurzem erst nach Neu-Ogren-Wacht gekommen, nicht aktiv, sondern er wurde gebracht. Er war nicht bei Bewusstsein, als man ihn vor Astanios Haustür legte, quasi. Als Astanio ihn reinholte, auf das Bett gelegt hat und mittels magischen Zauberschutzen seine Wunden geschlossen hat, ihn von der Schwelle des Todes geholt hat und geheilt hat. Niemand im Dorf sonst weiß groß, dass Astanio solche Kräfte besitzt und das soll auch so bleiben. Wenige Eingeweihte gibt es. Seit neuestem aber einen mehr oder ein Nehmeer denn Astanio wurde bei seinem Heilungsversuch oder seinem geglückten Heilung beobachtet von einem kleinen Mädchen mit ausdruckslosem Gesicht, schlohweißem Haar, der besten Freundin von Elenas Tochter. Xamanda ihr Name stand in der Tür und hat alles beobachtet. Astanio hat sie böse angefaucht, dass sie ja nichts gesehen hat, aber wie immer bleibt ihr Gesicht ausdruckslos und starr. Dieses Mädchen ist schwer zu lesen. Entweder hat sie keine Gefühle oder sie kann sie sehr gut sogar verstecken. Sie ist Waisenkind aufgenommen von einer Bauersfamilie, die mehr schlecht als recht mit ihr zusammen mit ihr klarkommen. Man hält sie für naja geistig nicht ganz auf der Höhe. Sie redet kaum sie hat immer diesen ausdruckslosen Blick und des nachts ständig Albträume. Schon seit sie ganz klein war. Die einzige im Dorf, die mit diesem Kind klarkommt, wirklich klarkommt, ist Elenas Tochter Fenja. Und ein bisschen Astanio als ihr Lehrer, wobei auch er schnell feststellen musste, dass man dieses Kind schlechter unterrichten kann. Manchmal hast du das Gefühl, du redest an ihr vorbei, oder sie hört dich gar nicht, wenn du auf sie einredest. In diesem Augenblick, in dem wir uns nach Neu-Ogrenbach bewegen, schlägt Jandrick das erste Mal bewusst wieder die Augen auf und hört die bestimmten Worte des alten Mannes, der mit dem Rücken zu dir steht und auf das kleine Kind mit den weißen Haaren einredet. Ossi, wiederhole doch nochmal, was du dem Kind an den Kopf geworfen hast. Kein Wort zu niemanden. Hast du mich verstanden? denn Geh! Ich hab hier zu tun. Kleine steht stocksteif vor dir, schaut dich mit leeren Augen an, dreht sich dann langsam auf der Stelle um und läuft hinaus in die Ferne. Das wird Probleme geben. Astanio dreht sich ruckartig zum Bett wieder um. Alles in Ordnung? Irgendwelche Schmerzen? Irgendwelche Beeinträchtigungen? Wo? Das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr wieder in Ordnung seid. wie ich er sie haben mich sie haben mich ich bin ich war Astanio wird Jandrek die Hand auf die Stirn legen ganz ruhig ganz ruhig und wird dann in die Küche gehen und ein paar Kräuter zusammensuchen und und ihm einen Beruhigungstee aufbereiten und ihm ans Bett bringen. der Duft der Duft zieht durch die durch das Haus und Jandrek und Jandrek merkt da wo die Wunden sein müssten die schweren Schnitte und der Durchstoß von der Lanze und er dann sich heruntastet die Kleidung ist noch zerstört aber das Fleisch ist makellos keine Spur eines Schnittes oder eines Durchstoßes Jandrek richtet sich ruckertig auf setzt sich hin schaut sich um dieser Raum was ist das hier er war doch in dieser Scheune das Mädchen aber was ist das hier der alte Mann wer ist das wer kraft sich in die Tasche hastig aber so dass es der Mann nicht sehen kann ist da der Zettel noch die Tasche mit dem Zettel liegt neben dem Bett und was du im Raum sehen kannst und wie Astanio gerade aussieht kann Oseo ja gerade mal beschreiben Raum ist ziemlich klein ziemlich heruntergekommen würde man schon fast sagen es schaut sehr bäuerlich aus Risse in den Wänden Risse im Putz sehr einfacher Boden nur das Bett in dem du liegst scheint von doch einer besseren Qualität als würde jemand verstehen wie er mit Holz umzugehen hat ein paar Verzierungen ein bisschen bisschen schicker das passt irgendwie gar nicht so in diesen sehr einfachen und heruntergekommenen Raum der dazu auch noch sehr staubig ist und an der rechten Seite ist eine genauso schön verzierte Tür irgendwie scheint alles was aus Holz ist in diesem Raum nicht zu diesem Raum zu gehören nicht dazu zu passen als würde jemand sich speziell darauf konzentrieren hat Astanio Bücher nicht viele und alle eher von Belanglosigkeit allgemeine Informationen über die Lande aber nichts was auffällig wäre nein ja immerhin es gibt Bücher und Schreibmaterial das wird Jandrix geschulter Blick schnell erfassen Gelehrter Meister sagt mir wart ihr es habt ihr mich geheilt ja was heißt geheilt ich dachte man hätte mich zu sich gerufen ich ich habe ich war doch schon nicht wie ist das möglich er war knapp davor er lag hier im Delirium und während Astanio diese Worte zu dir spricht drückt er dir einen Becher in die Hand mit dem Tee und du siehst wie er über eine Tätowierung an seiner Hand einen Handschuh streift eine Tätowierung eines Magiers sag mir sag mir der Leitermeister wo wo bin ich hier in der Rabenmark im Feindes Land mein Kopf mein Geist mein ja er sucht nach seinem Messer eine Waffe findet er nicht muss verloren gegangen sein ja ich ihr müsst wissen ich spreche im Fieber ich bin fast gestorben ich sage Dinge die ich nicht sucht nach einem Ausgang nach einem Fenster einer Hintertür am Weg hier fort zu kommen Astanius Blick folgt dem von Jandrick von mir braucht ihr keine Angst zu haben aber wenn ihr hier nach draußen stürmt dann werdet ihr Angst haben dann war alles umsonst was ich getan habe und ihr landet auf dem Schafott überlegt euch gut was ihr tut junger Mann ich was ist warum habt ihr mich gerettet nächsten liebe nächsten liebe es hat einfach nur ein netter alter Mann nicht wahr mit gewissen Fähigkeiten ihr müsst verstehen ich bin sehr sehr verwirrt und weit von zu Hause ich bin euch sehr dankbar dass ihr mir geholfen habt ich das war sehr nett von euch auch ich will eure Gastfreundschaft nicht weiter über strapazieren ich hab euch schon viel zu lang beschäftigt er steht auf ihr seid gerade erst angekommen und Assanio wird dich zurück auf das Bett drücken auch wenn ich euch geheilt habe so schnell werdet ihr euch davon nicht erholt haben ich fühle mich er versteht nicht ich muss fort ich kann hier nicht bleiben wo immer ich hier bin wenn ihr ein anständiger Mann seid dann müsst ihr mich gehen lassen und je weniger wisst umso besser ist es für euch ihr müsst mich verstehen ihr seid hierher gekommen ihr seid hierher geschleift worden von Kindern verletzt so stark verletzt dass ihr eigentlich schon hätte sterben müssen wenn euch einer gesehen hat und er euch frei im Dorf herum stolzieren seht und er außerdem auch noch mitbekommen hat dass er aus meinem Haus heraus gekochen kommt dann habe ich die Probleme junger Herr und dann sitzen wir beide am Geigen oder wollt ihr als Untoter ändern dann bleibt sitzen ich werde ihn nun ich muss überlegen was wie wir das hier lösen dieses Problem Astanio reiht sich einmal übers Gesicht brei steh uns bei die wir bewegen uns einmal kurz weg von Astanio und Jandrik hinüber ein paar Häuser weiter zur Schmiede wo Elena gerade das Tagwerk abschließt die Zeit ist gekommen der eigentlich deine Tochter vom Spielen wiederkommen sollte sie ist zu spät was gar nicht so nach ihrem nach ihrer Fasson ist eigentlich ist sie gelernt pünktlich ja Elena schaut sich nochmal ihr Tagwerk an sie geht zu dem Pferd was ihr von einer jungen Frau gebracht wurde sie hat das Pferd über den Tag beschlagen schaut sich das nochmal an schaut dann nach draußen bleibt sie schon wieder dann ruft ich Fenja Fenja ein rumpeln aus dem Haus beziehungsweise aus dem Schuppen neben dem Haus dann verdächtige Stille ich klopfe den Pferd nochmal an ich bringe dich gleich zu deiner Chefin und dann mal rüber in den zum Schuppen gehen Hände an der knarzend ziehst die Tür auf und erwischst deine Tochter gerade noch so dabei wie sie irgendetwas hinter einem Fass zu verstecken scheint sich hastig zu dir umdreht die Hände hinter den Körper versteckt und mit ihrem linken Fuß einen Kreis in den Staub des Schuppens malt Ich wollte ja aufräumen genau aufräumen 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 es hat sich aber nicht gelohnt es sieht immer noch so aus wie vorher wo warst du du bist zu spät war mit Samantha unterwegs wir kommen von Astanio genau ah ja okay extra lernen extra und er ja Xamanda hat ihm irgendwas gebracht und außerdem hat er noch die Holzschwerter ja ich erinnere mich hat er es denn reparieren können du hast mir gar nichts mehr gesagt sie schlutzt kurz äh ja 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 reparieren genau ja sag mal irgendwie um irgendetwas redest du doch drum herum was hast du da hinten eigentlich versteckt versteckt ich nein gar nichts hier ist nix geh mal zur seite nein nein hier ist wirklich nix wir können ja auch jetzt essen gehen osko wartet bestimmt schon schiebt sie also drückt sich so gegen deine hüfte und versucht dich rückwärts aus dem schuppen zu schieben was ihr natürlich nicht gelingt weil sie wesentlich schwächer ist als du ja ich lehne mich so dagegen na 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 hier geblieben und würde sie dann zur seite und dann nicht vorbeigucken was sie da in den hinter den hinter das Fass geräumt hat zwischen Fass und Wand gesteckt in ein moddürftiges zerschlissenes Tuch eingewickelt sieht Elena den Heft eines Messers oder eines Dolches äh ich zieh das da raus äh wo hast du das her eine scharfe Klinge kommt zum Vorschein wo wo hast du das her beschreib doch mal dein Messer oder deinen Dolch den du mit dir führst sonst der Dolch ist komplett ohne große Einritzung oder Einkerbung er ist mit einer matten dunklen Klinge komplett schwarz auch der Griff der Dolch eines Menschen der nichts über sich verraten möchte Elena kommen ganz andere Gedanken bei diesem Dolch weil es ist komplett schwarz sie schlägt hin und das Tuch ein wickelt den ein steckt sie sich den in die Tasche von ihrer von ihrer Schmiedschürze also wo hast du den her sowas findet man nicht einfach hier also manchmal schon aber nicht ja wir wollen nicht länger mit mit Holzwaffen kämpfen dann fragt und besorgt euch nicht irgendwoher irgendwelche Waffen also woher hast du den ich darf es nicht sagen wie hat er gesagt du darfst es nicht sagen ich du du sagst dir selber du darfst es nicht sagen es wird nachher nimmst du ihn mir ganz weg ich werde ihn dir ganz weg nehmen nein es ist jetzt meiner nein du kannst nicht einfach irgendwelche Sachen nehmen denken es ist deine wenn du etwas ich kann dir was schmieden frag du kannst du immer mit mir reden also zu denen hast du gesagt wir dürfen keinem sagen was wir gemacht haben okay ihr wart im wald gibt es eine leiche im wald um die ich mich kümmern muss nicht mehr was heißt nicht mehr wir haben den toten zu astanio gebracht kein wort zu nehmen man hat er sollt nicht drüber reden ja wehe du sagst davon sonst noch irgendetwas sonst kriegst du dein schwert erst wenn du 15 bist deine echte waffe obwohl ich wusste dass ich das nicht sagen soll benimm dich und dann kriegst dein Schwert vielleicht zum nächsten Geburtstag echt das großes Schwert nicht so ein Kinderschwert eins mit dem du noch umgehen kannst das heißt du kriegst was deiner Größe angemessen ist ein großes so groß wie dein Hals Schwert nur eben aus Stahl auch mit so einer schwarzen Klinge wie das da ich kann keine Klinge schwärzen tut mir leid vielleicht kann Astanio das ja der weiß immer alles wie das geht er kann schnitzen und er kann euch unterrichten und das nicht zu knapp gut lass uns essen gehen und nach dem essen gehe ich mal rüber zu Astanio und kein Wort zu Jette Ich habe mir selber gesagt ich soll nichts sagen aber ich habe es schon einmal gebrochen also ich weiß nicht ob ich noch vertrauenswürdig bin Ja Ja du kannst es mir wenn du es mir versprichst dann hast du es zwei versprochen und dann wird es noch schlimmer also noch schlimmer wenn du es brichst wenn man Versprechen bricht das ist doch nicht gut Astanio hat gesagt wenn man ein Versprechen bricht ist man der schlimmste Mensch den es gibt Ja zum Teil kommt drauf an mir kannst du es ja sagen können aber keinem weiteren Na gut dann lass uns Was macht Astanio eigentlich mit der Leiche Erkauft er sie Mora ist in der Stadt vielleicht kauft die Leichen Ne ich keine Ahnung ich schätze mal dass er sich heute Nacht darum kümmern wird dass Mora die Leiche kauft was weiß ich was er damit macht wir können sie fragen sie ist bei Osko ich hab's gesehen sie sitzt vorne wir fragen sie nicht nach sowas warum nicht es gibt viel Geld weil ich sowas nicht mache es ist ja nicht dein Leiche das Xamana und ich haben sie gefunden trotzdem ich möchte nicht dass du Leichen verkaufst warum nicht weil wir anders Geld verdienen ich ja nicht warum bist du auch noch zu jung um Geld zu verdienen sagst du immer Mora hat mal gesagt dass man nie früh genug anfangen kann du du hast ja schon du handelst ja schon mit den wir wollen ein bisschen Geld hätten könnten wir für Xamanda vielleicht ein eigenes Haus bauen dass sie alleine leben kann ich glaube dafür ist sie auch noch etwas jung du möchtest doch auch nicht alleine leben und sie ist doch kaum älter wie du bisschen naja jetzt lass mal gehen ja ich bring das geh schon mal ich bring grad noch das zieh mich grad noch um zu Hause und dann du kannst aber das Pferd von Mora schon nehmen und dann draußen warten na gut dann würde ich mich umziehen und dann zum Gasthaus gehen ja ein wirkliches Gasthaus ist es oder zu Astaniushaus zu Astaniushaus zu Osko zu Osko erstmal ich gehe erstmal zu Osko Osko hat ja keinen richtigen Gasthof das ist wie gesagt ein Krämerladen der allerdings um diese Uhrzeit diese Tagesstunde eine ja eine Art Vordach was eine Art Zeltdach irgendwie ausrollen kann ein paar Tische stehen darunter und Osko ist bekannt dafür dass er gerne kocht und andere Leute halt bekocht und deswegen das wissen die Leute außerdem ist er der einzige weit und breit der es versteht Bier zu brauen und deswegen kriegen die Leute hier ihr tägliches feierabend bier momentan sind es allerdings noch nicht viel los als Elena über den Platz mit ihrer Tochter im Schlepptau zu Osko herüber läuft Osko wie sieht denn deine Taverne oder dein Krämerladen aus und was sieht man gerade wenn Elena und Fenja ankommen ja der eigentliche Krämerladen der dann später am Abend erst oder späten Nachmittag umgeschlagen wird zu einer Taverne ist ein recht kleiner Laden aber für dieses Dorf gerade ausreichend es ist einfach ein langer eine Länge gezogen Raum zu beiden Seiten sind jeweils Regale angebracht und kleinere Schränke in dem das Nötigste was man in so einem Dorf benötigen könnte gelagert ist verschiedene Tontöpfe die einen besser gefüllt die meisten aber eher spärlich eine Holztheke für den Verkauf von Waren und jetzt gerade was es ja schon beschrieben sind dieses Dach ausgefahren ein paar teilweise notdürftig zusammengepflegte Tische teilweise vielleicht doch schön verzierte oder gut gefertigte Tische von Astanius stehen draußen und gerade bin ich noch dabei etwas vorzubereiten da ja momentan noch nicht viele Gäste dort sind ich stehe in der Küche knete gerade aufwendig noch Teig für den Tag danach denn Oskar ist bekannt dass er so gut wie nicht zur Ruhe kommt von morgens früh bis abends spät am arbeiten ist in der Tat keine Gäste momentan da die werden später wahrscheinlich kommen außer Mora die durch das kleine durch den kleinen Durchgang Osko beim Teig kneten zuschaut sag mal hast du noch was von dem Eintopf ja der mach du erstmal den Teig ja komm kurz rein dort hinten der etwas größere Topf vielleicht sind noch Reste drin muss du nachschauen steht auf rückt ihren Schemel beiseite und geht dann nach hinten zu Osko an ihm vorbei und guckt nochmal so in den Topf hinein ja im Topf wird noch etwas Eintopf von gestrigen Tage übrig geblieben sein es ist nicht mehr viel es reicht vielleicht gerade so für eine vielleicht noch gerade zwei Portionen und dann wendet er sich nochmal an dich deutet dann auch wieder in eine andere Ecke des Raumes wenn du noch was willst da hinten sind Teller du weißt ja wo die stehen sie nickt und sehr selbstverständlich geht sie dann zum Regal holt sich noch einen Teller und holt sich noch eine kleine Portion leert den Topf und als würde sie das immer machen holt sie direkt schon ein paar Münzen raus und legt sie auf den Tresen er wird sie gleich finden und setzt sich hin und fängt an zu essen und beobachtet ihn aber wie er den Teil knetet dann kommt auch irgendwann geht von draußen Hufgeklapper dass man die Schritte übertönt und dann kommt wenig später Elena mit ihrer Tochter die Tür rein oh hallo dein Pferd ist fertig ich habe das fertig neu beschlagen hole ich gleich ab ja es steht ja vor der Tür steht vor der Tür also musst es nur wieder anspannen hi Osko hallo hast du schon was zu essen da oder ja der warte kurz ach kein Stress wenn du das Brot erst fertig machen musst dann mach das Brot erst fertig es ist so gut wie fertig und in dem Moment nimmt er diesen mittlerweile gut durchgekneteten Ballen von Teig an wird in die obere Seite einen kleinen Schnitt und tut es auf ein kleines Stück Holz und schiebt es in einen vorgeherzten Ofen ein wenn du noch was willst vielleicht ist noch etwas von gestern übrig der Eindruck für heute ist leer nicht so lecker gestern Osko bitte viel zu viel Salz also ich finde das riecht gut ist mehr Kartoffeln aber danke ich wollte das Brot jetzt hat er das gerade erst in den Ofen geschoben das dauert ja noch ewig bis das fertig ist am wenig wirst du dich noch gedulden müssen aber ich will jetzt Brot vielleicht Osko hast du nicht noch Brot von gestern du backst doch immer reich nicht von gestern heute ja das heutige das Brot kriegen darf warte warte ich kann ich kann nachschauen kleinen Moment nicht von gestern von heute wird es schwierig vielleicht gehen wir dann schnell zu Astagno nein du bleibst hier dann gehe ich alleine nein aber hier ist das Brot eh noch nicht vor Mora habe ich Angst wenn ich mit der alleine hier sitzen muss Osko ist ja auch noch da der kann nicht wenn das Brot im Ofen Mora haut dem doch eine runter und dann ist der K.O. Osko ist der schwächste hier in dem ganzen Tor du kannst ihn doch selbst gesagt hab ich nicht gesagt ist nicht der schwächste er ist noch nie mit ums Dorf gelaufen er hat auch anderes zu tun beim Fang kriegt er mich nie er ist kann er noch werden nicht Max Amanda kann er fangen Osko Ich glaube du musst öfter mit den Kindern spielen Wenn ich Zeit dafür hätte du kennst das ja Anstatt Kamel zu spielen eine Runde ums Dorf Das müsst ihr mit Astanio abklären Genau und das machen wir jetzt Du kommst nicht mit Du kannst ja zur Not noch zu Hause warten Vielleicht hat Jette auch was Kannst noch was lesen wie wäre es damit also lesen will ich auch nicht Ey Ich habe meine Hausaufgaben schon längst gemacht Wirklich? Ja Ich kontrolliere das nachher Wenn du sonst nichts zu tun hast kannst du mir auch in der Küche helfen wenn du willst Das wäre doch was Kannst du dein eigenes Brot kneten Hast du oder hast du noch keinen Teig mehr Ich habe noch genug Teig Ja Komm Willst du dein eigenes Brot backen Was soll das heißen Wir kommen da rum Ich zeige dir wie ich das mein Geh schon Der beißt doch nicht das weißt du Es ist einmal dass du Brot backst Ich habe ja auch schon mit dem Brot gebacken am großen Brotback Tag So schlimm ist das nicht Es gibt auch starke Arme So meint wie Ayric Osko du weißt was Ayric geblüht hat Ja und zu Recht Ayric erzählt viel wenn der Tag lang ist das wissen wir alle und keine Sorge ich schaue etwas auf die Kleine herab die Fäuste will ich nicht zu spüren bekommen ich weiß ja von dem du die geehrt hast so dann machen wir Brot ohne Salz wenn du was möchtest ich lass sie dann mal bei dir ja ich komm später nochmal ja klar wenn du hast ist ja okay ich werde wahrscheinlich den Terz je nachdem mitkriegen Fenja macht einen großen Bogen um Mora und geht zu Osko wir sehen es dann später meine liebe ich winke und dann ja würde ich wieder verlassen und mal zu Fastanje rüber gehen so raus dem Pferd nochmal streicheln Mora steht kurz auf und geht dir hinterher und bindet dann nochmal das Pferd an schaut sich mit einem kurzen Blick die Hufe an und passt so und kramt sofort in ihrem Beutelchen und drückt dir die vereinbarte Summe in die Hand danke immer wieder gerne übrigens ein sehr sehr schönes Tier auch wenn es vielleicht ein bisschen alt also ja ist halt nicht nur das jüngste aber man ist froh dass du ein Pferd hast das ist genügsam es hält vielleicht noch ein paar Winter ich bin ein bisschen neidisch ach Neid ja ich bin früher immer gerne und viel geritten deswegen ja ich glaube bald ist es zu alt um es zu reiten solange es noch den Karren zieht ja naja gut wir sehen uns dann später sie nickt dir und bleibt noch kurz beim Pferd und schaut mal welchen Weg du einschlägst und geht dann zurück zu Osko ja ich gehe halt die Dorfstraße runter und ja in der Schmiede vorbei und dann weiter Richtung Astanius Haus ja sie blickt dir ein wenig hinterher bevor sie wieder reingeht kriege ich ja nicht mit in der Küche hörst du Osko mit Fenja im Zwiegespräch Fenja will wissen wo denn Osko seine Messer hat und ob die alle von Elena gemacht worden ist das große da das sieht gut aus ja das kann man bestimmt gebrauchen aber nein Finger weg nicht zum Brotbacken zum Brotbacken brauchen wir die hier Brotbacken mit den Händen Messerkampf auch buchtet so ein bisschen ja bestimmt auch aber wir sind jetzt gerade hier beim Brotbacken wenn du so viele Messer hast Osko kannst du denn vielleicht geheim doch was machen mit den Messern meinst du klar kann ich was mit dem Messer machen Gemüse schneiden ich kann wenn du möchtest zeigen dieses Messer hier das ist für die seltenen Fälle wenn es was zu entbeinen gibt das ist besonders gut für das Fleisch das hat Mama auch ja glaube ich dir Mora stellt sich mal in die Tür hinter euch und bei einem einzigen Stich in die Rippen kann er dich töten ähm was war ein Scherz ähm wenn man damit nicht aufpasst Fenja dann kann man damit Leute auch schwer verletzen muss ja nicht immer einen kneift so ein bisschen die Augen zusammen verstehe brauchst mich gar nicht so anzuschauen komm du wolltest doch wissen wie man Brot ohne Salz backt oder mit Fenja komm jetzt und nimm mal die Schüssel damit da ist noch der rohe Teig drin wenn ich nicht die große Schüssel nehme der anderen ist bereits der Teig drin dann müssen wir sie jetzt umfüllen dann tun wir sie in die große Schüssel die ist schwerer aber warum willst du die ach komm Kind wenn du möchtest füll's um dann nehmen wir die große Schüssel ja während ihr da in der Küche zugange seid kommt Elena an Astanios Haus an auffällig alle alle Läden geschlossen vielleicht etwas zu früh für den Tag aber schon schläft geht zur Tür und klopf mal Astanio wird wohl einen entsetzten Blick mit Jandrick austauschen und dann ähm anfangen zu husten bleib bleib weg ich bin furchtbar krank das das wollt ihr euch nicht einfangen Astanio ich bin's so schnell wird keiner krank ich weiß ich weiß ich höre so schlecht ich glaube bleib bleib lieber draus Astanio du warst schon immer ein schlechter Schauspieler dann wird das Tanio wohl ganz schnell die Tür öffnen Eleda am Schlawitzchen packen und reinreißen und die Tür mir zumachen du kommst immer zu den schlechtesten Zeitpunkten ist dir das klar ich komme sehr bewusst dieses mal und dass der Zeitpunkt schlecht ist ich schaue mich im Raum um mein Blick fällt dann wahrscheinlich auf Jandrick so ein oh guten Abend der dich mit zusammengekniffenen Augen anschaut von oben bis unten einzuschätzen versucht ja eine Frau Mitte Frau Mitte 30 Mitte 30 um die 1,65 groß sehr athletischer Körperbau ja steht sehr aufrecht schaut ein wenig irritiert jetzt von Astanio zu dir auffällig musik ein bisschen ja sie hat sich hat sich doch noch gewaschen das schon die Hände sind so sind ähm Frau der junge Mann in zerfetzter blutfleckiger Kleidung wirkt ein bisschen wie ein eingesperrtes Tier wie ein Wolf oder sowas im Käfig hat sich fixiert immer wieder gleitet sein Blick aber auch in Richtung der verbarrikadierten Fenster als wäre er kurz davor zur Flucht zu springen ja was dir auffällt an Elena sie trägt auch ähm tatsächlich ein Kettenhemd und ein Kurzschwert an der Seite rechts dieses Kurzschwert fixiert ja für einen Moment der Blick entgeht nicht und die Elena liegt die Hand dran und so quasi aber nicht halt nicht auf den Knall sondern so um den Griff dass es halt sichert ist dass es nicht rausgezogen werden kann nicht dass es bedrohlich wird sondern einfach dass es festhält von wegen dass es meint und der Blick fällt auf dich sein Astanio gelerter Meister habt ihr mich gerettet nur um mich jetzt abschlachten zu lassen ja keine Sorge aber Astanio was hast du hast doch nicht ach du meinst ich hab mir mal meinen Haussklaven raufbeschauen oder was ja natürlich schau ihn dir doch an nein ich meine er war offensichtlich Astanio wird so mit den Händen Händen schütteln ja 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 okay ja ich bin ein Neffe von Astanio ich schau zu ihm und du sagst ich bin ein schlechter Lügner das das glaube ich dir nicht tut mir leid dafür kenne ich ihn Astanio zu gut mein Junge sie kennt mich gute 17 Jahre mir machst du nichts vor was Astanio angeht wer seid ihr Elena Elena die Schmiedin des Dorfes Elena die Schmiedin des Dorfes ist ist mir eine Ehre euch kennen zu lernen mein Name ist Jandrik ich bin ein Reisender ich bin die Klippe herabgefallen der gute Astanio war so frei mir zu helfen Klippe herabgefallen dein Schulter dein Riss in deiner Kleidung es gab viele spitze Steine bei dieser Klippe es gibt keine Klippen in der Nähe es gibt auch keine also mein Lieber ich habe lang genug mit Wunden zu tun gehabt glaubt mir das war nicht von einem Stein diese Wunde die du dir zugefügt hast war eindeutig von einer Waffe ihr redet zu viel gelehrter Meister ich kann das nur bestätigen das sieht mir nicht aus wie ein Stein ein Stein schlägt andere Wunden eine Wunde hat er nicht also schlägt andere oder verletzt macht andere andere Risse andere Löcher ich spreche aus Erfahrung mir leid gestürzt mögt ihr vielleicht sein aber in eine solche Waffe stürzt man nicht nur wenn man sehr sehr ungeschickt ist es gibt Antworten die man nicht hören will vielleicht wäre es besser ihr würdet mich so wie ich vorhin schon sagte einfach gehen lassen ich finde meinen Weg Astanio wird sich in den Türrahmen gelehnt haben und so ein bisschen schiefer auf Elena gucken wenn der geht dann muss haben wir ein kleines Problem ja ich weiß ich kann mir denken ich kann das gut kann der da folgen Astanio ihr werdet eher eins haben wenn ihr mich hier behaltet die Steine die mir diese Wunden zugefügt haben die rollen vielleicht noch in meiner Richtung und wenn sie in dieses Dorf hineinrollen dann dann wird es euch nicht gut gehen lasst mich weiterziehen hier bin ich euch nur zu schaden wir hatten schon die Drachen gerade hier und sie hat uns keine Probleme gemacht sie weiß dass ich mit euch geredet habe mag das anders sein und dann wird es sie auch nicht interessieren ob ihr gut treue Anhänger seid oder nicht ihr habt so viel gesehen lasst mich gehen lasst mich gehen dann werdet ihr überhaupt nicht in diese Sache reingezogen das ist besser bin doch schon drin eher noch mehr wie ich niemand hat das gesehen niemand hat mich gesehen oder ich schaue so zu Astanio nicht das halbe Dorf aber ich schaue zu Astanio was ist denn euer Plan wenn ihr mich nicht gehen lassen wollt und ich muss hier fort was ist denn euer Plan was habt ihr mit mir vor kannst du uns erzählen warum du hier fort musst egal was ich dir sage du wirst es als eine Lüge ansehen oder nicht nun wenn er es uns nicht sagen will könnten wir in den kleinen Beutel danach schauen der auf dem neben dem Bett liegt oder ich greife es in meine Tasche ich habe etwas in der Hand das ist so in Leder gewickelt man erkennt nicht wirklich in Stoff gewickelt man erkennt nicht wirklich was es sein soll meine Tochter hatte auch was gefunden und ich weiß nicht von wem es ist ich gehe zu Astanio rüber und zeige Astanio schlag das auf und dann liegt dieser kleine dieser Deuch drin komplett schwarz matt matte klinge Astanio wird sehr große Augen bekommen und entsetzt auf diesen Deuch Stamm also ich kenne den nur also ich habe da also er doch nicht ganz ehrlich diejenigen die solche sowas tragen sind von einem ganz ganz anderen Schlag wie dieser Bursche ich schlag das Tuch wieder drüber und nimmt es wieder in die Hand das würde ich nicht sagen die können sich sehr gut verstecken mir kommt andere in den Sinn als wahrscheinlich als dir aber dafür will ich aber umso mehr würde ich jetzt langsam gerne wissen was dieser junge Herr hier in diesen Landen tut eben und Assange wird einen sehr strengen Blick auf Jandrick werfen gelter Meister ich bin euch sehr dankbar was ihr für mich getan habt ihr habt mir mein Leben gerettet daran besteht kein Zweifel doch eher frieren die Niederhöhlen zu bevor ich euch irgendetwas erzähle ich kenne euch nicht ich weiß nicht wer ihr seid und ich möchte wenn ihr anständige Leute seid euch nicht in das hier herinnen reinziehen und wenn ihr keines seid dann hab ich Grund zu schweigen Assange schaut auf zu Elena zuckt mit den Achseln und greift nach der Tasche so er trinkt nichts dann wollen wir doch mal sehen und er wühlt in dieser Tasche herum da ist nichts drin außer ein Zettel Astanio wird diesen Zettel hervorziehen und wird ihn lesen auf dem Zettel ist keine keine Schrift drauf aber der Zettel ist mit einer Art Skizze oder Symbol versehen vielleicht auch eine Art Karte man es fällt Astanio schwer einzuschätzen was es damit auf sich hat und dennoch kommt es ihm merkwürdig vertraut vor zeig mal was ist das was ist das für ein Schriftstück das ist kein Schriftstück es ist eine Zeichnung jetzt zeig mal Sanio wird sich zu Elena rüber lehnen und ihr das Papier hinhalten wirre Striche und Linien für Elena kann man nicht mal als Zeichnung betrachten irgendwelches Krickel Krackel und seid ihr jetzt glücklich na das reicht mir nicht aus um ihn gehen zu lassen nee das ist wirklich Astanios Gefühl als er den Zettel noch einmal in die Hand kommt ein leichtes Kribbeln das durch die Handschuhe dringt und Astanios wird die Handschuhe wieder ausziehen Öl dreh dich um ich weiß du magst das nicht geht schon Analyse Arcana Struktur entblöse die Magie Natur vor Astanios Augen bauen sich magische Linien und Strukturen auf. In der Vermutung, dass es sich um ein magisches Artefakt handelt, bei dem Schriftstück, liegt er nicht so ganz falsch. Ganz schwache magische Signaturen sind sichtbar. Linien und Farben, die diese merkwürdigen Zeichnungen ergänzen und zu einem ganzen Bild werden lassen. Nur ein Magier kann entziffern, was das hier bedeutet oder zeigen soll. Jetzt ist das Tanjo auf den ersten Blick klar, was es darstellen soll. Es ist eine wirklich eine Art Karte von einer Mauer oder einem Wall. Und eingezeichnet auf magische Weise ein Tor oder eine Tür. Eine geheime Tür. Freya, steh uns bei. Tanjo, was siehst du? den Wall. Oh. Oh. Wie? Okay. Das überrascht mich jetzt. Aber jetzt, wo du es sagst... Astanios Bewegungen werden schneller und intensiver, als er den Zauber weiter spinnt. Und aus den Linien und Strukturen des Zettels heraus erhebt sich für Astanjo ein dreidimensionaler Karte der Todesfall. Der Todeswall. Schwer befestigt. Und wo du siehst, vor dir kannst du dich bewegen, damit herumspielen, das Drehen und Wenden von allen Seiten betrachten. Und du siehst diese magisch gesicherte Tür mit dem Schloss. Und du siehst ein Zeichen auf den Kopf gestelltes Pentagramm. Und Zeichen in Zayat, der Magier sprach. So unaussprechlich und doch nur für Magier verständlich. Das hier ist wahrlich eine versteckte Botschaft für den Schwachpunkt des Todeswalls. Er lässt sich bezwingen. Was sagst du? Der Todeswall lässt sich bezwingen. Es ist nicht dein Ernst. Wenn ich diesen Aufzeichnungen trauen kann, dann hat er einen Schwachpunkt, der nicht gerade klein ist. Und Asadio zittert plötzlich am ganzen Körper, während er diesen Zettel in der Hand hält und ganz wild herumfuchtelt, um dieses dreidimensionale Konstrukt von allen Seiten anschaut. Er lässt sich bezwingen! Die Schriftzeichen leuchten auf, Asadio und das Modell des Todeswalls, diese Tür mit dem Symbol öffnet sich und dahinter sieht Asadio eine dämonische Fratze. Und Asadios Euphorie bricht sofort wieder zusammen. Der Zauber bricht ab und es sind nur noch krickelhafte lose Linien und Symbole auf dem Zettel zu sehen. Diesen Moment nutzt Jandrick. Er springt vor, er packt sich den Zettel und will aus der Tür hinaus. Elena wird die ganze Zeit auch mal zwischen Asadio und Jandrick hin und her gependelt haben und wird ihn dann am Schlawittchen packen. So Moment! Und der Griff ist wirklich fies und fest und sie zieht dich wieder zurück und setzt dich wieder aufs Bett. Hier geblieben. Er versucht sich zu wehren, aber er ist noch so schwach, er kommt ins Stolpern, er landet wieder auf dem Bett, will aber wieder den Zettel aber gekriegt hat, dann drückt er ihn jetzt fest an sich heran, packt ihn in seiner zerlumpten Taschen, er wird ihn nicht mehr weggeben. Jetzt nicht mehr. Er schaut sie feindselig an. Dämonenfratze. Was? Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Dämonenfratze. Ja, mit der werden wir auch noch fertig irgendwie. Du verstehst dich, was ich meine, oder? Doch. Nein, tust du nicht. Hoffentlich, meinst du, er hat dich gesehen? So wie ich das sehe, ist dieser liebe Herr ein Kundschafter von gewissen Leuten, um ihnen zu berichten, wie man einen ziemlich groben Sicherheitszähler innerhalb des Todeswalls wieder reparieren kann. Ja. Das heißt, wenn wir diesen Herrn laufen lassen, haben wir überhaupt keine Chance, das hier alles zu beenden. Achte auf deine Worte, mein Lieber. Dafür ist es eh zu spät. Ich weiß gar nicht, ob er dir wirklich zugehört hat. Ich schon. Naja. Also, für wen arbeitest du? Die Lena hat ja eine Hand immer noch am Schwert, auch wenn sie dir jetzt sehr nah steht. Eine Hand an der Schulter und die andere Hand am Schwert. Für wen arbeitet denn ihr? Für uns? Für das Dorf? Für meine Tochter? Hendrik schließt die Augen. Er denkt nach. Vertrauen ist so eine Sache. Hier kann man niemandem vertrauen in dieser dunklen Welt. Sie haben ihn fast getötet, diese Schweine. Ich weiß nicht wer ihr seid. Bis ich das Verdicht heraus gefunden habe, sage ich kein Wort mehr. Während Astanio gezaubert hat, hat Yandrik die Tätowierung auf seiner Hand gesehen. Yandrik ist geschult darin, welche Magier Tätowierungen zu welchem Zirkel und zu welchem Orden gehören. Astanio war zumindest mal oder ist es noch Mitglied der Weißen Gilde. Das alte Zeichen von Schwert und Stab zu Beilung. die Akademie, die nun in Garret ist und die Raios gläubigsten Weißmagier ausbildet, die das Mittelreich jemals ausbilden kann. Entweder er war mal ein Weißmagier oder er ist es noch und so erpicht darauf, sein Symbol zu verbergen, wie er war. Nun, es ist zumindest eine Chance, denkt sich Yandrik vielleicht. Vielleicht kannst du ihn testen. Wir kommen hier nicht weiter, oder? Nicht solange du uns nicht sagst, für wen du arbeitest. Wenn ihr in meiner Lage wärt, groß gelehrter Meister, würdet ihr irgendwelche fremden sagen, wer ihr wirklich seid und was ihr tut, einfach so. Ich sehe, wer ihr seid, wer ihr mal wart, aber das heißt doch nichts, das bedeutet doch gar nichts. Ihr wohnt hier, ihr seid hier, hier. Wie kann ich euch trauen? Ihr faselt irgendetwas von einem Tor. Was bedeutet das? stimmt es wirklich, dass dieser Wal zerstörbar ist? Genauso könnte ich euch fragen, woher ihr diese Informationen zieht und zu wem ihr sie bringt. Für mich hat es den Anschein, dass ihr ein mieses Verräterschwein seid. Das bin ich auch natürlich. Die Leute, die mich getötet haben, die es versucht haben, glaubt ihr etwa, sie wären von drüben gekommen, um mich hier zu töten? Was glaubt ihr denn, wer mich angegriffen hat? Was glaubt ihr, warum ich was gestorben wäre? Was glaubt ihr, warum ich nur noch diesen Zettel da habe? Den könnte ich retten, mehr nicht. Wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, auf welcher Seite ich hier kämpfe, dann weiß ich auch nicht. Zu wem ich gehöre, sollte ohne Zweifel sein. Und bei uns ist das also anders? Selbstverständlich. Selbstverständlich! hätte einen Weiß nach. Denk doch einmal logisch. wenn ich hier wirklich zu Hause wäre und mich diesen Versündigungen hingegeben hätte, dann hätte ich euch sterben lassen. Ich hätte euch eher umgebracht. Ich hätte euch zu einem meiner hirnlosen Sklaven werden lassen können. Nein, aber ich habe euch geheilt. Natürlich, das macht natürlich total Sinn, mein Lieber. Dass Tanio wird sich vor Jandrick aufgebaut haben, wie in einem alten Militärstil. Breitbeinig und verschränkte Arme. Gab es mehr als diesen einen Zettel? Das klang gerade so. Es ist alles weg. Und wenn ihr mich nicht gehen lässt und dorthin gehen lässt, wo ich hin muss, dann wird alles um sonst gewesen sein. Wenn ihr wirklich versucht, gegen diese Abstrusität hier zu kämpfen, dann ist das Beste, was ihr tun könnt, mich zu gehen zu lassen. Damit sie dich wieder aufschließen? Sie glauben, ich bin tot, das ist mein Vorteil. Sie glauben, du bist tot, aber meinst du nicht, er sucht trotzdem noch nach dir? Nur sicherheitshalber, man weiß nie in diesen Landen. Sie glauben, sie haben alles. Sie wissen nicht davon. Sollten sie dich nur einmal sehen, dann bist du wieder geliefert. Ja, und wie ist die Lösung? Wir lassen uns einfach für den Rest aller Zeiten in dieser stinkenden Hütte. Gute Idee. Nein, wir warten bis zur Nacht. Helena, geht zu Osco. Er soll den Raum vorbereiten. Ja, ich wollte da eh hin. Nachher noch. Und Astanio wird Elena nochmal umdrehen. Deine Tochter ist nicht dabei. Klar. Die wusste ich, die kann den Mund nicht halten. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ach, ach, und sie hat halt das hier von irgendwoher gefunden. Ich stecke das halt den Dolch wieder zu den Grat draußen, stecke ihn wieder weg. Wir wissen immer noch nicht, was das genau ist. Nicht anfassen. Ist schon klar. Es ist ein verdammter schwarzer Dolch. Ein einfacher Dolch. Das ist deiner. Ich habe ihn, um hier nicht aufzufallen. Jandriks geschulter Blick, als Jelena den Dolch in der Hand balanciert und Jandrik ist gut darin, Kleinigkeiten wahrzunehmen und Leute einzuschätzen. Diese Frau weiß genau, was sie tut mit mit dieser Waffe. Das habe ich schon gemerkt in der Art, wie sie mich zurück aufs Bett geschleudert hat. Das ist mir klar, dass ich hier nicht rauskomme auch. Das ist meiner. Den kriegst du dann später wieder. Mein Schwarz ist weg. Später? Wie gesagt, ich bin Schmiedin. Aber wir müssen noch einige Dinge besprechen und klären. Dann schauen wir weiter. Noch mehr Leute einweinen? Ihr werdet schon sehen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr die Füße still haltet oder muss ich euch magische Fesseln anlegen? Es klopft. Ach du Schein. Verdammt. Ist dir irgendwer gefolgt? Nein. soll ich wie sehr einsehbar ist dein Raum? Da sind alle zu. Eigentlich ein bisschen komisch, wenn du die Tür von mir öffnest. Ich bin auch öfter mal bei dir gewesen. Und du kennst die Gerüchte. Na gut. Und? Sollte doch reden. Für dich mag das ja komplett normal sein. für mich normal. Das klopft wieder. Für mich normal. Ja, ist doch egal jetzt. Ich würde dann rausgehen, die Zwischentür zumachen und die andere Tür öffnen. vor der Tür steht das kleine weißhaarige Mädchen Xamanda. Oh, hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun, was Tanja ist beschäftigt? Er hat jetzt keine Zeit. Muss ihn dringend sprechen. Darf ich fragen, warum? Nein. Ich frage ihn, ob er dich sehen möchte, okay? Es ist wichtig. Ich sage ihm Bescheid. Dann mache ich die Tür wieder zu und gehe dann zu Astanjo. Die Tür auf und dringend so. Astanjo, flüchte dir dann ins Ohr. Xamanda steht draußen. Sie möchte dich dringend sprechen. Sie hat es gesehen. Oh. Sie ist alleine, immerhin das. Das kleine Mädchen. Sie hat mich gerettet. Nicht nur sie. Das war auch ihre Tochter. Naja. Dafür danke ich euch. was machen wir jetzt. Das ist deine Entscheidung, ob du mit ihr reden willst. Ich bin gerade nur die Botin. Irgendetwas war seltsam an ihr. Das ist uns auch schon aufgefallen. Jetzt würde sie mehr verstehen, als sie könnte. Irgendwie ist sie wirklich seltsam. Das ist deine Entscheidung. gehe. Soll ich noch hierbleiben? Soll ich noch hierbleiben? Geh du zu, Osko. Okay. Ich kläre das mit dir ab. Ja, wir sehen uns dann, wenn der Mond aufgeht. Wenn der Mond aufgeht. Bis später. Stanyo nickt und wird das Kind recht zügig in die Tür holen und sie hinter dir dann zuschlagen. Er geht dann rüber zu Osko wieder. Ja, Osko, Fenja und Mora immer noch alleine in der Behausung von Osko, in Oskos kleinem Laden. Immer noch kein weiterer Hunde gesehen. Elena braucht aber erstaunlich lange dafür, dass sie nur kurz mit Astanio reden wollte. Osko wird darüber nachdenken, während er Fenja zeigt, wie sie ein Brot nach Wunsch backen kann, ohne dass da zu viel Salz drin im Teig eingeknetet wird. Ja, was gibt's denn? Stimmen als Rom. Bitte? Wie lange braucht man für so ein Brot? Das kommt darauf an. Was für ein Brot? Das dauert jetzt alles schon ziemlich lange. Ja. Mama wollte doch wiederkommen. Ja, Fenja. Magst du Astanio? Nein. Nicht? Nein, der ist alt und runzlig und riecht komisch. sag ihn das besser nicht. Bin ja nicht blöd. Das stimmt wohl. Mittlerweile weißt du, wie man Brot backen kann. Mag seine Mutter Astanio? Weiß ich nicht. Glaubt nicht? dafür hast du verdammt lange gezögert, dass du es nicht weißt. Ich weiß es wirklich nicht. Die die rennen zusammen und üben und so. Ich glaube, Osco spielt auch mit Astanio immer irgendwelche Sachen. Warum darf Yelena nicht mit Astanio spielen? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich nur gefragt, du hast geantwortet. Und ich zucke zu den Schultern, als Osco mir diesen vorwurfsvollen Blick zuwirft. Was soll dieser Unterton Ich meine Meinst du, die spielen was ohne mich? Wer weiß? Dann bin ich echt sauer, wenn sie wieder kommt. Sie wollte ja ohne dich zu Astanio. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Ich ja. Warum spielen die eigentlich nicht hier? Nun, manchmal wollen Erwachsene auch unter sich sein. Warum? Naja, manchmal braucht man einfach etwas Zeit für sich selbst oder Zeit für Zweifel. Ja, war jetzt doch noch nicht. Was meinst du mit jetzt doch noch nicht? Jetzt nicht. Warum nicht jetzt? Naja, jetzt ist doch das Zeit für Brot und Eintopf. Das stimmt, ja. Manchmal ist es einfach an der Zeit, auch zwischendurch. Das kann sein. Sie wird ihre Gründe haben, bestimmt. Mhm. Und ich kriege sie raus. aus. Ich muss mich nicht mit deiner Mutter auseinandersetzen, wenn du erwischt wirst. Wird ja nicht erwischt. Natürlich nicht. Ich bin heimlich. kein Mut schleichen. Ja? Ist das so? Kennst du den großen Baum im Wald? Der mit dem Gesicht, der nach einem greift, wenn man dran vorbeigeht? Wie könnte man den übersehen, ja. Den kenne ich. Der, der immer die Händler frisst? Weißt deine Mutter, dass du diesen Baum kennst? Nein. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Dachte ich mir. Aber ich bin so geschickt, dass ich an dem Baum vorbeilaufen kann. Und ich habe sogar oben und habe mal eine Frucht von ihm gepflückt. Bitte was? Naja, wenn man um ihn herumläuft und ihn von hinten besteigt, den Baum kann man da hochklettern und dann kann man Früchte runternehmen, aber die schmecken nicht. Die solltest du nicht essen. Fenja. Ich habe ja auch nichts davon gegessen. Xamanda hat davon gegessen und sie hat sich danach übergeben. Fenja. Was denn? Was macht man nicht? Fruchtpflücken? Ja, die dann anderen zu essen geben. Wenn dann... Aber sie hatte Hunger. Aber dann nimmt man doch keine Frucht des gefressenen Baumes da. Dann kommt ihr zu mir, wenn ihr was wollt. Aber du bist ja nicht im Wald. Das ist richtig, ihr solltet da auch nicht sein. Und ihr solltet da keine Früchte pflücken und essen. Wer weiß, was mit euch passiert, wenn ihr zu viel davon isst. vielleicht wächst euch dann ein Baum im Es geht darum, dass ich das kann. Nicht die schlechteste Eigenschaft, aber... Ach man, ihr verdreht immer alles so, dass ich irgendwas Schlechtes mache. Mach dies nicht, mach das nicht. Seht doch mal ein, wie gut ich bin. Und das... Vielleicht werde ich mal Drachengardistin oder so. Ambitioniert? Ja, in dem Moment Entschuldigung zu Mora. Ambitioniert auf jeden Fall. Wenn du dem Training deiner Mutter folgst, bestimmt. Du wirst jeden übersteigen von diesen Hünen. Ja, Eire kann ich ja schon blaues Auge schauen. Auch das sollst du nicht, aber bestimmt. Mama sagt, Eire hat's verdient. Das ist deine Mutter manchmal... Ja, wie auch immer. Temperament. Auf jeden Fall. Aber wo bleibt sie jetzt? Soll ich... Wir müssen nachgucken gehen. Vielleicht ist hier was passiert. Vielleicht ist sie an einem Baum vorbeigelaufen und er hat sie gefressen. Fenja. Dann muss ich sie retten. Fenja. Warum sollte sie am Baum vorbeilaufen? Weiß ich nicht. Ich auch. Könnte doch sein. Und jetzt... Ich glaube, deine Mutter kann sehr gut auf sich aufpassen. Das sagt Astanio auch immer. Und auch Astanio, glaube ich, das. Das sagt Astanio denn noch so über deine Mutter? Was ist das denn jetzt schon wieder von der Frage? Nein. Ist nur so eine Frage. Können wir nachgucken gehen? Nein. Ich muss sowieso hierbleiben. Vielleicht kommt gleich noch jemand. Kann ich nachgucken gehen? Lass die beiden unter sich. Wie gesagt, es gibt manchmal etwas Hilfesuche und gucke ich in Richtung Mora. Mit ihr gehe ich da nicht? Ja, alleine auf die Straße. Ich weiß, was du machst, Mora. So? Ja. Und sie kommt jetzt ein bisschen näher und guckt die Kleine an. Was tue ich da? Nichts, wogegen ein gutes Messer nicht hilft. Oh, drohst du mir. Kannst du so verstehen, ja? Pass auf, was du sagst. Pass du auf, mit wem du dich anlegst. Großartig. Ich habe schon Leute erstochen, die waren größer als du. Aber nicht so stark und flink. Und sie zeigt so auf einer Rippe, wenn du mal stechen musst. Ungefähr hier. Zwei Zentimeter höher wäre interessanter. Sie war schon viel aus, Go. Ich weiß nicht, ob ich das wissen sollte. Doch, sollte sie. Aber Elena, jetzt gib den Teig her. Wenn ja, stecke den in den Ofen. Kann ich jetzt gucken gehen. Sie hat doch tatsächlich gesagt, dass sie nicht lange bleiben möchte, oder? Ja, das hat sie. In dem Moment kommt Elena durch die Tür rein. Wenn man von ihr spricht. Schau. Mama! Hi, Kleine. Und, ist dein Brot schon im Ofen? Mora fragt mich komische Sachen über dich und hast Dania aus. Was? Ich soll ihr sagen, was ich alles über dich und Astanio weiß. Warum? Ich schaue so zu Murat. Und sie hat mir gedroht. Die Drohung war beidseitig, würde ich sagen. Was habt ihr hier getrieben? Ich denke, ihr wolltet Brot kneten. Du solltest die Mester von der Kleinen ein wenig fernhalten. Das habe ich gemerkt, ja. Aber sie lernt schnell. Ich meine, ich weiß, es ist meine Tochter. Gut. Du hast ganz schön lange gebraucht. Hast du mit Astanio gespielt? Nein, wir hatten etwas zu bereden. Hat leider was länger gedauert. Schaut so zu Osco rüber. so habe ich doch gesagt. Manchmal müssen Erwachsene einfach miteinander reden. Bestimmte Dinge. Und das mit dem Spielen interessanter. Das wundert mich nicht. Osco, hast du einen Moment? Warum? Was gibt's denn? Ja, ich komme dann auch in die Küche. Gehe zu ihm, schaue zu klein. Können wir das draußen kurz besprechen? Etwas verwirrt schaue ich nach links und nach rechts. Gut, wenn es denn nötig ist. Ist es? Es geht um Honigkuchen. Meine Augen verengen sich kurz. Honigkuchen wäre echt gut. Honigkuchen. Fenja. Oder Moa. Geht durch die Tür und dann schaut ins Regal. Da ist noch Honigkuchen für euch. Für mich? Komm Fenja, wischern. Immerhin hast du ein echt gutes Brot gebacken. Sind ich fertig? Doch, doch, das ist schon gut so. Sieht doch echt gut aus. Welches ist deins? Das große. Ja, das große. Boah, das klingt als hätte sie was verbrochen aus, Co. Nein, nein, nein. Ja, sieht doch wirklich gut aus. Ich habe auch mit der großen Schüssel. Oskar hat die Kleine, die nichts wiegt genommen. Bescheidenheit ist eine Tugend, Fenja. Ja, das kriegt sie noch nicht so ganz in ihren Kopf. Auf jeden Fall habt ihr Brot für die nächsten drei Tage. Das ist doch gut. Danke. Nicht dafür. Oskar klopft sich noch die mit Mehl benetzten Hände an seiner Schürze ab, sie kurz aus, hängt die Schürze an einen Haken und begleitet dich dann nach draußen. Ja, könntest du nachher den Keller fertig machen? Klar, kann ich machen. Wenn ich fragen darf, schaust du nach links und nach rechts, normalerweise kommt jemand später. wenn der, ja, aber es ist eine dringende Angelegenheit. Kennst du, kriegst du es hin, bis der Mond aufgeht? Hoffnung ist es, ja. Es ist gerade sowieso niemand da. Ja, ich bringe auch die Kleine nach dem Essen rüber. Und, ja, das Problem ist noch Mora. Mora ist kein Problem, glaub mir. Ist schon in Ordnung. Meinst du, ja? Ich bin mir sicher, ja. Alles gut. Wirkst du für sie? Auf jeden Fall. Ja. Wirkst du für sie? Elena, Elena guckt sich um und legt die Hand auf die Brust, so. Wirkst du für sie? Von wegen dieses Rondra-Großzeichen? Wirkst du für sie? Okay. Ich vertraue dir. Wenn nicht, dann, ähm, das kannst du schon. Alles gut. Du weißt, dass ich mich um sowas kümmern kann. Auch wenn ich es nicht gerne mache. Ja, ich weiß, ich weiß. Frora, für wie viel kann man Honigkuchen verkaufen? Reicht das für ein Haus? Du meinst, dafür müsste man unglaublich unverschämt sein. Nein. Selbst der beste Händler könnte kein Haus von Honigkuchen Wie viel kostet ein Haus? Hier? Nicht viel. Stimmt das, dass sie im Nachbardorf Leichen verkaufen? Warum fragst du solche Dinge? Naja, wenn ich Händler werden will? Dann hast du noch viel zu leer. Ja, eben. Du bist die einzige Händlerin, die hier immer kommt und nicht vom Baum gefressen wird. Richtig. Woher liegt das? Der kommt immer aus der anderen Seite. Ja. Wir haben dem Bonbons abgenommen. Hoffentlich für einen hohen Preis. Naja, Bonbons. Dadurch, dafür, dass er rein dürfte in die Stadt. Karamell. Wo hat er diese Bonbons her? Aber egal, was du verkaufst oder kaufst, du solltest keine Leichen kaufen. Ich habe ja auch kein Geld. Selbst wenn du welches hättest. Aber wenn ich diesen Honigkuchen nicht esse und ihn verkaufe, hätte ich ein bisschen Geld. Richtig. Du solltest wertvolle Dinge verkaufen. Leichen gehören eher nicht dazu. Die sind also weniger wert als Honigkuchen. Ich sage mal so, lass die Finger von Leichen. Das ist schwierig. Verkauf lieber Honigkuchen. Den kann ich eh viel besser leiden. Und ich nehme so ein Stückchen Honigkuchen und weiß ihn ab. Die Priesterin hat immer gesagt, wir sollen die Leichen aber zu ihr bringen. Wie verkauft sie dann? Oder was machen die in dem Schreien mit den Leichen? Mama will mir das nicht verraten, aber du doch bestimmt. Du versuchst Informationen aus mir rauszuquetschen, junge Dame. Nein. Ich weiß das genau. Und zu der Sache, dass du dich sehr schnell verquatschst, was ich über deine Mama und das Tanio wissen möchte. Ich meine, das ist doch ein Geheimnis. Du meinst, wir tauschen Informationen. Ich behalte das mit dem Baum für mich und du behältst das, welche Fragen ich stelle für dich. Deal? So. Gut. Dann kein Wort mehr. Und zu den Leichen. Und sie mustert die Kleine. Wie alt bist du? Zehn? Alt genug. Als ich so alt war wie du, habe ich genauso freche Fragen gestellt. Ich habe schon eine Leiche gesehen. Und auch eine, die sich noch bewegt hat? Ja. Die arbeitet auf dem Feld von den Grundlachs. Arbeitet. Seit der Ochse tot ist. Wer hat sie dort hingebracht? Weiß nicht. Kam vom Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Nun weißt du, es gibt Leute, die lassen Leichen wieder aufstehen. Nein. Deswegen kaufen man schon. Wirklich? Du hältst mich echt für blöd, oder? Ich halte dich für ziemlich klug, wenn du mich fragst. Aber tu dir selbst einen Gefallen und stell dich dümmer. Wieso sollte man sowas denn machen? Damit die Leute nicht wissen, wie schlau du bist. Aber sie sollen doch wissen, wie schlau ich bin. Schlau sein ist manchmal gefährlich. Ha! Keiner kann mir was anhaben. Hm. Sicher? Ganz sicher. Ich bin die stärkste im ganzen Dorf. Also außer Mama. Das würde ich dir fast glauben. Vielleicht werde ich auch mal schmiede. Aber dann darf ich keine Leute verhauen. Irgendwas machen, wo man Leute verhaut. Andererseits sagt Astanio, das ist blöd, dass man Leute verhaut. man könnte Geld dafür nehmen. Dann ist man ein Söldner. Gute Idee. Ich nehme Geld dafür von den anderen Kindern, indem ich an Alrik verhaue. Söldner sterben schnell. Hä? Ich sage dir nur die Wahrheit. Will aber nicht sterben. Und auch Leute, die Leichen verkaufen, sterben schnell. Es gibt Krankheiten. Das würde ich auch nicht machen. Such dir was Vernünftiges. Wer nimmt noch so einen Happen von dem Honigkuchen und isst ihn? Oder machst du was wie Osko? Ich frage Osko gleich mal, wie viel er mir für den Honigkuchen zahlt. Für welchen Honigkuchen? Du willst ihm seinen eigenen Honigkuchen verkaufen? Gute Frage. Ich sehe hier auch keinen Honigkuchen. Ich habe mal einem Mann seine eigenen Schuhe verkauft. Das klingt nach einer Geschichte, die ich gerne hören will. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Kommt auf den Preis an. Denn auch Geschichten kosten. Und ich gucke so über die Schulter. Geschichten. Und schaue, sehe ich die beiden draußen? Ja. Ich versuche mal so ein bisschen die Gestik und Mimik abzupassen. die beiden eher entspannter stehen oder ein bisschen hektisch, gestikulierend, angespannt. Osko macht kurz große Augen, als Elena ihm irgendwas sagt, was du nicht hören kannst. Willst du deiner Mutter nicht mal den Honigkuchen zeigen? Nein. Vielleicht möchte sie auch etwas davon. Wenn ich ihr meinen Honigkuchen zeige, dann will sie davon essen und dann kann ich ihn nicht verkaufen. Könntest ihn an deine Mutter verkaufen? Nee, die hat kein Geld. Sagt sie zumindest immer, wenn es um mein Taschengeld geht. Weißt du, ich habe gerade doch mein Pferd beschlagen lassen. Das Geld hat sie. Da bin ich sicher. Und ich flüste ihr kurz ins Ohr, wie viele Münzen das sein soll. Mama braucht das Geld für sich. Also, wenn ich für teueres Geld dann nicht Mama. Und du solltest das auch nicht machen. Mama braucht ihr Geld. Ja, jeder braucht Geld, weißt du. Das ist ja das Gute. Deswegen kann man immer wieder Dinge verkaufen und kaufen. Ich bringe jetzt den Honigkuchen weg. Wenn Mama fragt, ich isst nicht alles auf einmal. Verkauf genug davon. Und sie guckt noch mal den Honigkuchen an. Also mindestens zwei Taler, wenn du mich fragst. Danke. Und ich lasse sie gehen und gehe langsam mal an Tür. Vielleicht höre ich ja doch irgendwas oder kann zumindest besser die Gestik und Mimik verfolgen von den beiden. Elena steht mit dem Rücken zu dir. Du kannst es gerade nicht so besonders gut sehen, aber Osko sagt gerade relativ laut und kannst es durch dein gutes Gehör auch deutlich hören. Ich bürge für sie. Ich höre nur zu. Gut. dann dann mache ich mich an die Arbeit. Gut. Ich gehe dann ja, ich mache dir die Tür auf. Nach dir. Danke sehr. Ich mache so eine angedeutete übertriebene Verbeugung. Danke sehr. Osko. Ein bisschen Spaß darf doch wohl sein. Ja, schon klar. Ja, und ich gehe schnurstracks in Richtung Küche. Ah, ihr seid fertig mit dem, habt ihr den ganzen Honig inzwischen. Wo ist meine Kleine hin? Die müsste ja an mir vorbei sein. Die Hintertür. Wo ist meine Tochter? Zuhause. Zuhause. Äh. Sie verkauft Honigkuchen, ich hoffe, für horrende Preise. Sie verkauft? Hast du das gesagt? Nein. und sie kramt Geld raus und guck mal, wie viel würde der Honigkuchen kosten? Und sie macht so kleinen Stapel Münzen. Bitte. Danke. Ja, und ich komme dann um diese Theke herum. Morag, wenn du noch was zu trinken willst, dann würde ich das eben fertig machen. ich muss noch ein bisschen was für morgen vorbereiten. Das kommt ja offensichtlich keiner mehr. Natürlich. Ich bediene mich. Und das kleine Häufchen Münzen dort, das ist die bisherige Bezahlung. Danke, ich nehme es mit später. Wie gesagt, da hinten ist noch etwas Bier, wenn du willst und vielleicht hast du noch etwas vom Antot übrig gelassen. Keineswegs. Dachte ich mir. Hast du den Eintopf, die Portion für heute Abend fertig? Ja, die müssen mittlerweile fertig sein. Er hat lange genug gekocht. Ist das meine Tochter ohne Abendessen zu Hause? Vielleicht hat sie ja Honigkuchen. Ja, gut. Ich gehe mal gerade gucken, ob sie wirklich zu Hause ist. komme ich wieder und hole mir aber noch was. Gott, dieses Kind treibt mich noch zur Weißglut. Und in dem Moment, wo Elena aus der Tür raus ist, wende ich mich an Osko. Warum habe ich das Gefühl, dass hier etwas von mir verschwiegen hat? Ich sehe deine Blicke. Du willst damit am liebsten, dass ich gar nicht hier bin. Ich will nur wissen, warum. Osko hat gerade in einem Tontopf herumgekramt, einige Pflanzen herausgesucht. Ich will ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob du das wissen brauchst. Je weniger du weißt, desto weniger musst du lügen, wenn dich jemand danach fragt. Okay? Bitte? Ich muss Dinge vorbereiten. Deswegen ich deutsche nach draußen. Wenn du in offenen und sie guckt noch mal so zur Tür mit den Gedanken an Elena. wenn du hier Schwierigkeiten bekommst, Osko, dann sag mir das jetzt. Nein, keine Schwierigkeiten. Mach dir keine Sorgen. Ich doch nicht. Und sie steht auf. Natürlich du nicht. wir sehen uns. Wir sehen uns, ja. Moa, das nächste Mal sag Bescheid, wenn du abweißt. Ich bleibe noch ein wenig. Osko lächelt kurz. Dann ist gut. So, und jetzt vergiss dein Bier nicht. Und sie hebt den Humpen noch so zum Gruß. Bringe ich dich später wieder. Davon gehe ich mal aus. Sind nicht günstig. Und sie legt noch ein, zwei Teile auf die Theke, trägt einen Schluck und geht erst mal nach draußen. Osko ist aufgeregt im Moment, weil es unüblich ist, dass es so früh am Abend kommt. Das Stichwort, was er schon so oft gehört hat, seit er hier ins Dock gekommen ist. Er packt einige Sachen zusammen, wie er schon immer gemacht hat und wird dann die Fenster verhängen, einen lumpigen Vorhängen, die er noch hatte im Laden und wird dann kurz warten, links schauen, nach rechts schauen, kurz seine Ohren spitzen und hören, ob jemand da ist und falls er sicher ist, dass er niemanden hört, würde er dann die Holzluke nach unten öffnen und den Raum vorbereiten. Zurück bei Astanios Haus. Astanio steht nun vor Xamanda. Was willst du? Ich muss mit dem Mann reden. Welchen Mann mannst du? Weißt du? Wir haben gesagt, du weißt gar nichts. Hast du das vergessen? Aber du weißt es sowieso. schon. Aber du nicht. Hm? Warum musst du mit ihm reden? Das geht dich nichts an. Bevor du mir nichts sagst, wirst du ihm nichts zu Gesicht bekommen. Er ist noch sehr schwach. Es geht um das Vergessen. um was? Vergessen. Warum vergessen? Sag dir doch, geht dich nichts an. Du wirst es nicht verstehen. Meine kommt vor dem Fall. Ihre Mine verzieht sich kein Stück. Schaut dir tief in die Augen. Das musstest du lernen, nicht wahr? Und du wirst es auch lernen, wenn du dich nicht zügelst. Ich muss mit ihm reden. Warum? Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Wir sind hier in meinem Haus. Vergiss das nicht, Mädchen. Dann bring ihn raus, wenn du das nicht willst, dass ich in deinem Haus mit ihm rede. Das werde ich nicht tun. Dann lass mich zu ihm. Nein. Du sagst mir zuerst, was du willst. Nein. Dann sind wir hier in einer Zickmühle. Wenn du mich nicht zu ihm lässt. versuchst du mir zu drohen. Nein. Nein. Kann nicht drohen. Hm. Na dann. Aber Astanio, ich weiß, dass du ein lieber Mann bist. Du schlägst mich nicht wie die anderen. Deswegen frage ich lieb. Astanius' Augen werden plötzlich sehr, sehr, sehr weich und wässrig. Und ohne ein Wort tritt er beiseite und lässt das Mädchen durch. Die Tür zum Zimmer öffnet sich ein weiteres Mal, Jandrick. Und das weißhaarige Mädchen taucht auf. Ja, ich habe die Zeit damit verbracht, am Laden des Fensters herum zu hantieren und habe es jetzt fast auf, lautlos. Ich will gerade hindurch, als ich sie sehe. Was willst du? Danke, dass du mich gerettet hast. Aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, mich weiter daran zu schaffen, hindurch zu krabbeln. Umher. Jandrick will wirklich weg. Er will wirklich fortfahren. Hier war irgendwas im Ton. Dieses Mädchen lässt ihn kurz innehalten. Er hält den Laden noch auf, er dreht sich um, er schaut sie mit seinen stahlblauen Augen an. Was willst du? Graue, ausdruckslose Augen schauen zurück. Was willst du, Mädchen? Komm her. Ich habe keine Zeit. Doch. Ich muss los. Komm her. breite die Arme aus. Langsam und mit ein bisschen Enttäuschung lässt er den Laden wieder los, ganz leise, dass man es nicht hört. Und ohne es wirklich zu wissen, warum Neugier ist es, die ihn treibt, aber auch das Gefühl, dass er es muss, dass er es einfach muss, dreht er auf das Mädchen zu und geht vor ihr in die Hocke. Er schaut ihr in die grauen Augen. Sie streckt langsam die Hand aus und fährt hier mit den Händen durch das Gesicht. Jede markante Stelle wird genauestens mit der Hand umfahren. Wer bist du? Samanda. Was willst du von mir? Ich wollte wissen, wer du bist. Ein Streiner. Ein Wanderer. Ein Verlorener vielleicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe dich gesehen. Ja, ich weiß, du hast mich gerettet. Nein. Vorher. Vorher. Dann hast du die Männer gesehen, die mich töten wollten. Es waren zwei Männer und eine Frau. Ich erinnere mich nur an die zwei Kerle. Du hast gesagt, dass sie gewinnen soll. Was? 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 Jetzt tritt er langsam zurück, steht wieder auf, geht zum Fensterladen. Bist du sicher, dass sie gewinnen soll? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Bei Boron. Was geht hier vor? Ich muss weg. Ich mag sie nicht besonders. Sofort. Dann schlüpfe ich durch das Fenster. Astanio hört Gerumpel im Nachbarzimmer. Nein, bleib hier. Versuch leise zu sein. Zumindest das Nein, bleib hier. Du wirst du hören. Astanio wird sofort schalten und aus der Tür stürmen und Richtung des Fensters rennen, um Jandrick aufzuhalten. Springe aus dem Fenster, mache eine Rolle und renne geradeaus einfach los. Irgendwo in Richtung Wald. Weg von hier. Ich schaue gar nicht links und rechts. Ich sehe niemanden. Astanio wird ihm hinterher hetzen. Sich an seine Fersen hetzen, um die Bäume herum. Und wenn er gerade nah genug ist, wird er sich auf ihn stürzen. Ich glaube, dass ich schneller bin. Okay. Astanio ist merkwürdig schnell für einen alten Mann, aber Jandrick ist geschwandt und schneller. In der Tat. Verschwindet irgendwo zwischen den Bäumen im Wald. Rentsch! Astanio wäre Richtung Osko Ostkos Stube rennen. Kommst dann wahrscheinlich Elena entgegen. Ja, da wirst du Elena dann entgegen kommen. Astanio ist komplett außer Atem. So hast du ihn lange nicht mehr gesehen. Vielleicht das letzte, so vor zwei Jahren, als ihr mal eine längere Pause gemacht habt während des Trainings. Aber der schaut völlig fertig aus. Alles okay? Er ist weg! Er ist weg! Wohin? Bald! Und Astanio wird sich auf seine Knie stützen und kaum noch atmen können. Okay, ich steht Mora's Pferd noch am Hof vor dem Gebäude. Ja, wahrscheinlich ist Mora gerade bei ihrem Pferd. Okay, Elena wird auf dem Wettkehrt machen und zurück zu diesem Pferd laufen und darf ich mir mal gerade ausleihen? dringend das Pferd. Und sie guckt so auf den alten Gaul? Ja. Elena dauert das zu lange. bin das los, springe auf den Rücken und jage Richtung Wald davon. Hey! Und sie sitzt erstaunlich wie sie da hoch springt und das Pferd lenkt. Es ist erstaunlich geschickt. Sie ist, aber das hättest du vielleicht gerade nicht so erwartet, einfach auf den nackten blanken Rücken. Was bei was? Und ich werde gucken, ob ich eine Fährte von Jandrick finde. Ich bin mir sicher, dass Elena es vermacht, einem Jandrick zu folgen, der gerade nur darauf bedacht ist, möglichst schnell zu sein und davon zu kommen. Er ist unterwegs in Richtung, also im Wald Richtung dem alten gefährlichen dämonischen Baum. Ja, ich durch den Wald sehe ihn vielleicht, reite parallel zu ihm und dann werde ich Jandrick du hörst ein Pferd, wie es durch das Unterholz rennt, steckst dich in den Büschen. Ich suche eine Stelle, ich renne, renne nochmal in eine Richtung und springe dann quasi aus dem Rennen über einen Busch, versuche dort ins Unterholz zu kriechen. Da ist ein dicker, breiter, knorriger Baum, perfekt, um sich dahinter zu verbergen. Da mache ich mal, da biege ich meinen Körper direkt dran, versuche mich hinter ihm zu verstecken, dücke mich tief. Siehst wieder das Pferd auf diese kleine Lichtung mit dem Baum tritt. Erst jetzt fällt Jandrick auf, dass in einigem Abstand zu diesem Baum nichts wirklich wächst. Dann hörst du knarzen und knirren und der Baum, an dem du dich gerade lehnst, öffnet ein Maul und große dämonische Augen blicken dich auf einmal an. Ich starre auf das Maul, ich starre auf die Augen, ich springe schlagen die Äste ein, als sie sich nach dir herunter lehnen und nach dir greifen. Das ist die Szene, die Elena nun sieht, als sie auf der Richtung vorbeireitet. Ja, ich bin vielleicht langsamer geworden, wenn ein bezügeltes Pferd und Wende ist, vielleicht ein bisschen zu ruppig, aber die Äste schwingen sich und knarzen und der ganze Baum lehnt sich in Richtung dieses dahin kriechenden Jandrick, der nicht schnell genug kriechen kann. Du weißt, wie schnell der Baum sein kann. Ja. Er hat schon ganze Fuhrwerke gefressen. Ich werde ausreichend Sicherheitsabstand vom Pferd springen und mein Schwert ziehen und auf diesen Baum zurennen und einfach mit dem Schwert einziehen abzulenken. Ein großer Ast schießt in deine Richtung Jandrick knarzend und knorrend und von dem hässlichen dämonischen Maul begleitet. Einmal ausgewichen rechts schlägt neben dir ein links ein anderer Ast. Dann als der dritte zwischen den beiden Ästen dich gerade treffen wollen würde, biegt sich der Baum an einem und ein schütternder Schrei. Die Äste schießen wieder an die Luft und erheben sich nach oben und geben dich frei und biegen sich herüber greifen nach dem Pferd auf der Lichtung reißen es in die Höhe. Ich fand wohl nicht weit genug weg. Und ja Elena wird dann rüber rennen und zu Jandrick hochziehen zu einem Tauben rückwärts lässt sich hochziehen. Was ist das? Was dieses ganz verfluchte Land ist? Wir haben doch gesagt, es ist keine gute Idee. Linkt dieser Baum das Pferd in einem Haps herunter. Scheiße, egal. Hauptsache ihr lebt. Weg hier, zurück ins Dorf und wehe. Du siehst jetzt, was dir blüht, wenn du einfach blind links in den Wald rennst. Du hast Glück gehabt, dass du erst am Baum gelandet bist. Vorher gibt es noch andere. Ich gehe nicht zurück. Egal, was du sagst, Frau. Ich kann euch nicht trauen. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht, was ihr tut. Ich weiß nur, dass ihr sonderbare Dinge hier macht und dass ich mir keine Sekunde mehr bei euch leisten kann. Dämonenbäume, du scheinst sie zu kennen. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Wahnsinn? Das, mein Freund, sind die verfluchten schwarzen Lande. Ich will keine Minute länger in ihnen sein. Denkst du ich? Ich stecke ihr seit verfluchten 17 Jahren fest. Du scheinst eine kräftige Kriegerin zu sein. Bring mich zurück. Dort, wo ich hin muss, dort muss die Nachricht hin. Dort kann sie den Krieg entscheiden. Hier ganz bestimmt nicht. Ja, aber alleine schaffen wir das nicht. Ich kenne keinen Weg über den Wall. warte doch nicht. Es nur heute Abend noch. Eine Nacht. Du bist nicht bei Kräften. Ich bin den Weg zurück gegangen. Ich weiß, wie ich hin muss. Du kannst mich begleiten, du kannst mich führen. Ich bleibe doch keine Minute länger bei diesem verrückten Magier, der die ganze Zeit herum schreit. Hast du ihm mal zugehört? Ja, ich habe ihm zugehört. Er hat die ganze herumgeschrien. Hast du nicht, oder? Er hat herumgeschrien, irgendwelche Sachen erzählt und sich permanent widersprochen. Ich traue diesem Mann keine Sekunde. Hast du überhört, wie er geflucht hat? Hast du nicht, oder? Wenn ich wollte, dass irgendeiner, den ich für einen Diener der Zwölf halte, möchte, dass ich ihm traue, würde ich auch die permanent Breyers im Munde führen. Okay, du hast es gehört. Natürlich habe ich es gehört. permanent Breyers zum Munde führen. Denkst du, irgendeiner hier nimmt die Wörter, nimmt die Namen der Zwölf Götter leichtfertig hier in den Mund? Niemand tut das. Niemand außer uns. Und selbst wir tun es nicht leichtfertig, tun das nur, wenn wir wissen, dass kein anderer zuhört. Dieses Glück soll ich gehabt haben? Dieses Glück hast du. Ich greife unter mein Hemd und ziehe eine Kette hervor, an der Silvana Löwen den Kopf hängt. Kommst du jetzt mit zurück? Oder willst du hier immer dich verrecken? Es ist noch nicht alles verloren hier in diesen schwarzen Landen. Die Hoffnung am allerwenigsten. Du bist gerade unsere Hoffnung. Ja, das heißt ja, nicht wahr? Ja. Ich will euch trauen. Gut. Ich habe keine andere Wahl und ihr habt mir das Leben gerettet. Ich will euch trauen. Aber ich lasse mich von diesem Tauberer nicht noch einmal anschreien. So ist er eben. Es wird vielleicht noch das ein und andere Mal passieren. Er hat dieses Mädchen von Boron selbst geschickt, nicht wahr? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Sie hat mich gesehen. Gesehen zwischen den Welten. Sie hat mich gesehen. Was? Was? Okay, sie ist immer schon seltsam gewesen, aber sowas, das ist mir neu. Ich war tot. Ich war tot, versteht ihr? Ich habe etwas gesehen, was nur die Toten sehen können. Einen Kampf, eine Metapher, ein Bildnis. Ich kann es mir nicht erklären, aber es war mehr. Es war mehr. Es war ein Blick in eine andere Welt. Und dieses Mädchen war bei mir. Es hat mir eine Frage gestellt. In dieser Welt. Ich bin mir sicher, dass sie es war. von so etwas habe ich absolut keine Ahnung. Da seid ihr definitiv an der falschen Adresse. Über so etwas solltet ihr vielleicht mit Asanyo reden. Können wir jetzt zurückgehen? Es gibt auch gleich Suppe. Und plötzlich wirkt Jandrick unglaublich müde und lässt die Schultern hängen und er nickt nur und trabt ihr hinterher. Ein Blick noch auf die Überreste des zerfleischten Pferdes. Davon wird nichts übrig sein. Vom Zaum Zeug Das Blut was im Laub liegt. Dann geht er weiter. Kein Dämonenfratze mehr zu sehen. Der Baum regt sich nicht. Sieht normal aus. Keine Augen. Kein Mund. Hier lang. Man merkt echt, dass du nicht von hier kommst. Ich muss schon längst drüben sein. Ja. Jeden Tag, denn ich verschwende jede Minute. Es ist seit 16 Jahren nichts passiert. Glaubst du, der eine Tag macht dann noch einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wir müssen es diesen einen Tag nehmen. Das glaube ich gerne, nachdem was Tanjo gesagt hat. Gut. Seid mir denn weg. Ich führ dich dann zurück zu Astanius Haus. Hinten der Seite entlang. Gut. Ich führ ihn dann ins Astanius Haus und ja. Kann ich euch vertrauen, dass ihr hierbleibt? Stanius Haus ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Och. Okay. Noch mehrmaligen Klopfen ist nichts zu vernehmen. Gut. Dann ein aufgelöster Astanius also seine Verhältnisse aufgelöst betritt den Krämerladen, wo jetzt momentan nur Mora steht. Ja, Mora ist quasi wenige Schritt weit entfernt mit dem Lernhumpen ihres Spiers und guckt immer noch ein wenig ungläubig. Dann siehst du Astanius ankommen, den alten Mann, den Lehrer des Dorfes. Wahrscheinlich immer noch nach Luft ringend. Ja, und merkwürdig sein Gesichtsausdruck wirkt irgendwie traurig. Ich lasse ihn in den Krämerladen eilen, geh ihm aber direkt hinterher. Vasco! Bier! Sofort! Jetzt! Du hörst es kurz, genau, du hörst es kurz, nicht trumpeln, aber du hörst Schritte von unter dir und in dem Moment hebt sich die Klappe, die Luke und Osco tritt davor, einem kleinen Teller, auf dem eine Kerze bereits brennt. Was ist denn? Keine Fragen einfach hinstellen! Setz dich! Ich lasse die Kerzen mit dem Teller auf dem Tresen liegen und eile schnell ein Humpen zu besorgen und ihn voll zu machen mit Bier und reichen dir. Was ist denn los? Jetzt beruhig dich erstmal. Atme durch. Astagio wird erst einmal den Humpen nehmen und ihn in einem Zug runter gurgeln, was er sonst, was Osco sonst von Astagio nicht kennt, der nippelt an einem Bier ungefähr drei Stunden herum. Was ist denn mit dir los? Jungen Leute bringt mich noch ins Grab. Das sagst du öfters, ja. Aber was jetzt ist genau passiert? Jetzt beruhig dich erstmal, atme durch die Nase. Soll ich dir was zur Beruhigung holen? Geht's dir gut? Das Tagio schielt auf Mora. das ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Astagio, ich stelle mich vor, dich, du sitzt ja hoffentlich gerade auf deinem Stuhl, wenn du den Worten von Osco gefolgt bist, und dann knie ich mich ein bisschen hin. Astagio, ich weiß, du glaubst mir nicht, aber sie ist vertrauenswürdig, glaub mir. Es ist okay. trauenswürdig, die. Oh, warum so feindsehnlich? Ich schaue kurz in Richtung Wort. Warte kurz, warte kurz. Ich mache die Tür kurz auf und mache einen Schritt nach draußen. Jetzt unbedingt sagen wir was, Astagio. Was ist los? Und Astagio wird beginnen, Osco die gesamte Geschichte zu erzählen. Bis auf daraufhin, dass Elena sich das Pferd von Bora geschnappt hat. Als Mora in der Tür lauscht, hört sie Osco laut schnaufen, als Astagio die Geschichte von dem Fremden erzählt. Das Astagio, du kannst dich noch nicht so an. Ist dir klar, Junge, was das bedeutet? Ja, es ist mir klar, ich bin kein kleines Kind mehr, Astagio, auch wenn du mich immer so behandelst. Und er ist dann verschwunden. Weg. Der wird sterben da draußen. Er hat er nicht anders verdient. Sanyo! Ist doch so! Wie oft soll ich mir eigentlich den Mund fusselig reden? Dass ich dir das sagen muss. Er ist wichtig. In welche Richtung ist er? Wald. Richtung Menschenfresser. Elena ist ihm hinterher. Auf dem Pferd. Und so wie ich Elena kenne, ist das Pferd wahrscheinlich tot, weil sie es tot geritten hat. Astagio kriegt einen hysterisch zu kichern. Astagio, auf, da mir du behalst dich wie ein Verrückter. Dann bleibt uns nichts anderes als erwarten. Elena schafft das. Wir können gut reiten. Ich muss zum Schreien. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist alles fertig. Wie runter. Und Astagio wird sich die Kerze schnappen und die Treppensprossen geradezu herunterstürzen. Und die Tür knallt einmal dann doch ein bisschen zu laut eventuell so, dass Mora ein dumpfes Bumpfen hört. Wie ich es gewohnt, verschließe ich dann trotzdem danach kurz nochmal die Luke. Und Osco setzt sich an den Tresen, der dunkel ist, der ganze Raum ist nicht mehr beleuchtet und er schaut mit einem angestrengten Blick auf seine Theke und die Maserung des Holzes entlang. Die Tür öffnet sich und Mora kommt wieder herein, schließt die Tür leise hinter sich. Ich schaue mal kurz in eine Richtung, gucke dann wieder aufs Holz. Dieser Junge, dieser junge Mann. Was ist, wenn er sich wehrt? Gegen wen? Gegen den Baum. Gottverdammt gegen Elena. Die sind gerade im Wald. Es wird bald dunkel. Es ist fast schon dunkel. Wollt ihr sie da alleine lassen? Ich könnte da nichts ausrichten. Ich kann nicht kämpfen. Wir müssen auf Elena vertrauen, dass sie das schafft. Aber wenn du willst, kann ich nicht aufhalten. Aber hab Vertrauen in Elena. Die schafft das schon. Moro zuckt mit den Schultern und geht raus Richtung Wald. Dann kommst an. Für einen kurzen Moment schafft er sie durch dringend an. Von oben bis unten mustert er sie einschätzen. Dann verändert sich seine Haltung und wirkt ganz entspannt mit einmal. Lehnt sich an die Tür. Was ist denn jetzt der verrückte Alte? Lena, ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. ja, ich schätze, wir gehen dann direkt super essen. Ja, Elena greift in ihren Beutel und streckt dir wortlos eine Goldmünze entgegen. Tut mir leid. Der Baum hat das Pferd erwischt. Und willst du dir die Münze genauer anschauen? Ja, sie wird dir wahrscheinlich Gedanken verloren in der Hand wiegen und zwischen den Fingern herumspielen. Es wird dir auffallen, dass du eine ganz komische Prägung hast, die du vielleicht noch nie gesehen hast. Auf der Rückseite sind drei Krokus abgebildet. Mora merkt sich so etwas und steckt diese Münze schnell weg. Dann lass uns noch zu aus zurück gehen. Und sie trottet euch beiden hinter her. Jandrick schaut noch mal zu der Frau tut aber so, als wird ihn das nicht weiter kümmern, dann folgt er. Als Jandrick diesen musternden kurzen Blick auf Mora gerichtet hat, ist ihm schnell klar geworden, dass diese junge Frau genau den gleichen blick zurück wirft. Dreht sich um, ein ganz kurzes Lächeln geht über seine Lippen, über seine Angespanntheit, fällt für einen Moment ab, aber dann ballen sich wieder seine Fäuste, er ist im Widerstreit mit sich selbst erfolgt, der Kriegerin. Dann betretet ihr gemeinsam den Krämerladen, der immer noch leer ist. Rosco sitzt immer noch am Tresen. Mora schließt die Tür hinter sich und behält die Tür im Rücken, lehnt sich ein wenig daran an. Hi, ich habe einen Gast mitgebracht. Hast du Tanjo gesehen? Ich nicke kurz nach unten. Okay, dann schaue ich mir fremde Person an. Das ist Jandrik. Jandrik. Jandrik, grüße. Ich habe ihn aus dem Wald zurückgeholt. Der Baum hat ihn fast erwischt. Doch dann fand der Lundmora's Pferd schmackhafter, nachdem ich meine gegeben hatte. Siehst du? Sie kann anscheinend auf sich aufpassen. Sag ich doch. Und ich stehe auf von meinem Stuhl, gehe um den Tresen herum und schaue dich dann an, Jandrik. Mein Name ist Osco. Das freut mich, dich kennenzulernen. Hallo Osco. Ja, ich denke, ihr freut nach unten. Ja. Gut. Könnt ihr mir das alles hier mal erklären? Und ich gehe um den Tresen herum, nehme die Luke wieder ab. Könnt wahrscheinlich noch einen leichten Lichtschein da von unten bereits sehen und solltet euch dann nach unten zu gehen. Komm, Jandrik. Jandrik, dreht sich nochmal um, schaut Mora an. Es tut mir leid, der meier Pferd. Es war ein schönes Pferd. Es war ein altes Pferd. Es ist aber gut gelaufen, also hat Spaß gemacht. das Pferd zu drücken. Nein, ich habe es weit weggestellt, aber es ist mir dann doch nachgelaufen. Der Baum, ich weiß. Ich weiß, die Münze kann es nicht aufwägen. Es war es Schauen wir mal. Wenn das Pferd euch das Leben gerettet hat, dann schauen wir mal, ob es das wert war. Schauen wir mal. Dann dreht er sich um und folgt. Mora verriegelt die Tür des Krämerladens von innen und geht als letztes die Luke herunter. Was sieht man unten, Osko? Unten ist ein kleiner mit wenig lichtbeleuchteter Raum, in dem einige Kisten an den Wänden stehen. Jede Kiste ist bestückt mit ein paar Kerzen, manche davon an, manche davon noch aus. Und was gerade Yandek besonders auffallen wird, sind die Zeichen, die auf diesen Kisten liegen, in hölzerner, geschnitzter Form. An jedes einem der Zwölf dazugehörig. Ein kleiner improvisierter Schrein, nicht mehr und nicht weniger in dem Raum ist es nichts außer eben jenes. Und ja, wahrscheinlich kniet bereits Astagio in einer Ecke. Genau, Astagio wird mit geschlossenen Augen vor einem kleinen Schrein des Prajos knien und vor sich hin murmeln. Prajos steht mir bei und steht mir vor allem bei, wenn dieser Jungspund zurückkommt, dass ich ihm nicht den Kopf einschlage und wird dann weiter vor sich hin brabbeln. Astagio, was erzählt ihr da? Was? Ah, da ist er ja. Was ist mit dem Pferd? Gefressen. Gefressen. Also doch nicht totgeritten. In dem Gaul steckte mehr Energie als gedacht. Der verbrauchte nur mal ordentlich Auslauf, habe ich das Gefühl gehabt. Das mit dem Tod reiten lag auch nicht wenn am Gaul. Ich weiß, wie ich mit dem Pferd umzugehen habe. Kennst nicht. Das ist es, ja. Hey. Und Astagio hat ein riesiges Grinsen im Gesicht. Carla ist nicht gestorben, weil ich sie totgeritten habe, sondern weil sie sich das Bein gebrochen hat und ich sie töten musste. Könnt ihr beiden jetzt mal aufhören? Ja. Also du hast mehr mit ihm gerettet, Astagio. Willst du uns aufklären? Vielleicht sollten wir ihn sprechen lassen. Oder das. Jandrick schaut sich um in diesem Raum, in diesem Sonderbahn. Und was sollt ihr darstellen? Die Rebellion der Rabenmark? Schön wär's. Rebellion, wir behalten uns unseren Glauben. Ach. Du traust uns immer noch nicht, oder? Doch. Zeig dir. Ja, ihr trau ich. Und ihm kannst du, ich schätze aus, Tanio, wohl auch trauen. er hat dich geheilt, anstatt dich zu töten, wie es jeder andere Magie in diesen Landen tun würde. Das glaube ich nicht. Jemand, der an Informationen kommen will, würde mich auch heilen. Ja, aber wenn du ja nicht mit anderen geraten wärst, zum Beispiel wenn unsere Werte und Dorfvorsteherin dich erwischt hätte, sie hätte dich erlöst, nur um dich zu einem Handlanger zu machen und dann wäre sie auf die Informationen gestoßen und hätte es bereut dich zu töten oder hätte dich in deinem untoten Zustand befragt, ihr wäre es egal, ob du lebst oder stirbst. Sie hätte dich befragt und ja, sie hätte dich zuerst getötet und dann Fragen gestellt. Nicht wie Astanio, du kennst ihn nicht, so wie ich ihn kenne. In Astanios Gesicht wird bei der Aussage von Jandrick plötzlich sehr heiße Wut hochkochen und er wird nun etwas tun, was wahrscheinlich Osko ein bisschen schocken wird, denn er zieht seinen Handschuh ab und entblößt sein Magier mal und tritt drei sehr große Schritte an ihn heran. Weißt du, was das ist, Junge? Ich habe es vorher schon gesehen. Kennst du die Zeichen? Glaubst du wirklich, ich hätte die Gefahr in irgendeiner Weise eingegangen, es zu behalten, wenn ich mich hier rar gemacht hätte? Freiwillig. Es gibt Wege, das Mahl zu verdecken, mein Lieber. Und es gibt auch die Wege, sie so zu verdecken, dass man keinen Handschuh braucht. Beruhigt euch, alter Mann, ich will nicht, dass euch das Herz aus der Brust hüpft. und bei diesen Worten wird Aszernio Jandrick am Schlawittchen packen und für sein zu wahrscheinlich Jandricks Verwunderung ist dieser alte Mann plötzlich gar nicht mehr in so einer ich würde mal sagen gebrechlichen Verfassung, denn er hebt ihn oben nach oben an einer Hand und steht kerzengerade da. Noch einmal, alter Mann, mein Lieber. Fastanio, beruhig dich, mein Gott, er kann doch nichts dafür, vielleicht ein bisschen, er weiß es, er kennt deine Geschichte nicht, lass ihn runter, sonst geht er wieder laufen. Gelärter Meister, es tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe, aber auch meine Nerven liegen blank und eure Schreierei ist meinem Gott alles andere als gefällig. Sie zieht an meinen Nerven. Bitte hört auf damit, dann muss ich euch auch nicht mehr beleidigen. Ich will keinen Händel mit euch. Sanio wird Jandrik sehr unsanft nach unten lassen. Ich behalte dich im Auge, Junge. Dein Hochmut wird dich zum Fall bringen. Wahrscheinlich ja. Hat es schon. Wer ist er? Wer ist sie? Osko, der noch überlegt hatte einzugreifen, den noch Unbekannten aus der Skriff zu befreien, hat erst mal zugeschaut. Wollte wissen, was passiert, wo du auf ihn zeigst. ich bin Osko, wie ich dir bereits gesagt habe. Ich bin auch noch lange hier. Und wie du gemerkt hast, bin ich hier oberflächlich als Krämer. eigentlich und er greift sich unter sein beige farbenes Hemd aus Leinen und zieht einen kleinen hölzeren Anhänger vor, den er um die Brust getragen hat. Woll das einen Storch abbildet mit ausgebreiteten Schwingen und zwei Ehren nach links und nach rechts gebogen. Ich bin Osko Gerdenthal und Novize der Herren Perreino. Ich verstehe. Leg es dich wieder um. Jetzt wandern seine Augen zu Mora. Du fragst nach einem Namen, aber eigentlich willst du keinen. Ich will keinen Namen. Ich weiß. Aber mein Name, Mora, muss euch erst mal genügen. Wer seid ihr? Jetzt blickt er wieder zu der Kriegerin. Ja. Was ich zu sagen habe, was ich zu tun habe, ist so wichtig, dass ich mir nicht noch einen Fehler erlauben kann. Ich muss jedem hier vertrauen. Euch vertraue ich. Dem gelehrten Herrn vertraue ich auf irgendeine Art. und wer eine Medaille mit sich schleppt und mit euch Gesellschaft pflegt, kann so verdorben nichts sein. Ja, ist der unverdorbenste, den die schwarzen Länder je gesehen haben. Das glaub mal. Aber ihre Augen kenne ich. Es sind die Augen einer Lügnerin. Ich weiß das. Ich habe nämlich dieselben. Wo war, du hast ihn gehört? Ein bisschen mehr könntest du schon erzählen. Gute Lügen, werter Jandrick, halten mich am Leben. Nennen mir einen Grund, warum ich mehr verraten soll. Weil das, was ich gleich zu sagen habe, mein Leben in eurer Hände gibt. Und wenn ihr es hören wolltet, sollte ich irgendetwas gegen euch in der Hand haben. Komm schon, stell dich nicht so an. Ich ziehe meine Kette raus und du siehst bei mir den Löwinnenkopf. Jetzt bist du dran. Wenn Osku dich hier runter führt, bist du auch zwölf Götter, glaube ich. Bin ich. Wem? Hast du einen Speziellen oder alle? Mein Vater betete zu Fex und manchmal auch zu Fion. Tanjo wird ein bisschen das Gesicht verziehen, aber stillbleiben. Und das hätte mein Vater fast Leben gekostet. die Geschichte habe ich gehört. Deswegen bin ich still. Osku, magst du den anderen gegenüber wiederholen, was du mir versprochen hast? Dich für sie verbürgen? Vor den Göttern? Ja. Es ist hart, das zu verlangen, aber nicht in diesem Fall. Du kennst sie am längsten, am ehesten. Ich sehe sie eigentlich immer nur bei dir und so wie ihr eben in der Küche miteinander gesprochen habt. Ich kann nur das wiederholen, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich büge für sie. Es ist nicht so, dass ich die große Wahl hätte. Ihr seid meine letzte Chance. Meine letzte Chance, diese schreckliche Mission noch zu Regenheim ein sinnvolles Ende zu bringen. Dann, wenn du magst, erzähl. Mein Name ist Jandrick Eichblatt. Ich bin ein Dina Borons. Ich bin ein Golgarit. Ich bin in dieses Land geschickt worden im Namen meiner Herren, der höchsten Herren, um eine Nachricht an jemanden zu bringen, von dem ich dachte, dass er ein Verbündeter sein muss. Warum sollte ich sonst eine Nachricht bringen? Ich reiste durch dieses Land. Ich brachte die Nachricht und ich bekam eine Antwort. Ich hätte den Brief nicht lesen sollen, doch ich habe es doch getan. Es stellte sich heraus, dass meine hohe Herrin mit irgendjemandem auf der anderen Seite redet. Kein Helfer, kein Verräter, nein, einer, der noch glaubt, dass er für die richtige Sache kämpft. Ich habe einen Verdacht, wie es ist, aber ich bin nicht sicher. Wer? Ja. Ich glaube, dass es Locatus von Kemet war, mit dem sie korrespondierte. Locatus von Kemet, der Erzverräter des Ordens des Golgeri und oberster Nekromant im Nekromantenrat. Oh. Oh. Okay. Was war in dem Bier, was du mir gegeben hast? Ich bin nüchtern, er hat es gesagt. Aber wieso, entschuldige, dass ich dir vorweggreife, gib dir dir dann eine solche Karte mit. Nie und nimmer wird das Oberhaupt des Nekromantenrat einfach so die Karte so etwas einfach so weggeben. Ich verstehe es jetzt nicht genau. Ich habe die Hälfte nur verstanden von dem, was er geschrieben hat. Das macht nur den Eindruck, als würden die zwei schon lange miteinander Briefe schreiben. Sie sprechen wie alte Freunde, aber zugleich wie Feinde miteinander. Ihren Brief habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht sicher sagen. Aber er schreibt ihr, als wäre das nicht das erste Mal. Kannst du da mehr drüber erzählen? Das ist das verlorene Papier noch. Ja. Es gab einen Brief. Ihr nehmert zählt er. Ich erinnere mich nur noch vage. Ich erinnere mich nicht an alles, aber sie scheint wohl zu hoffen, ihn noch auf ihre Seite ziehen zu können. Er versichert ihr, dass das nicht gelingen wird. Und dass ihre Bemühungen sinnlos sind. Bemühungen über den Wald zu kommen. Aus irgendeinem Grund aber schickt er ihr diese Zeichnung mit, von der er selbst sagt, dass sie die einzige Chance ist, wie sie den Wald überwinden kann. Aber warum, weiß ich nicht. Rache? Wenn sie mal hier ist, kann er sie dann hier erledigen? Dann muss er nicht auf den westlichen Rabenmark. Aber dann bin ich zurückgereist. Ich bin schnell gereist und durch die Wildnis teilweise und trotzdem haben sie mich eingeholt. Der, dem ich den Brief ursprünglich gegeben hatte, er hat mich eingeholt. Sie haben mich angegriffen, sie haben mir die Tasche weggenommen und mich fast getötet. Die Zeichnung hatte ich aus einer Eingebung heraus vorher woanders untergebracht und danach wieder wohl im Todeskampf in die Tasche gesteckt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir selbst nicht erklären. In jedem Fall haben sie mich da sterben lassen. Und ich dachte, ich bin tot. Ich war tot. Ich bin mir sicher, dass ich tot war. Aber er schaut nun nach oben. Er hat mich zurück geschickt. Okay. Wer ist jetzt deine Frau, von der du die ganze Zeit sprichst? Du hast noch keinen Namen genannt. Die Hochgeweihte Berondria. Ja, diese Zeichnung. Sie muss sie kriegen. Habt ihr sie noch? Ja. Ich muss zu ihr. Ihr müsst mich dorthin bringen. Ihr müsst mir helfen, über den Wald zu kommen. Ich kenne einen Weg. Ich kenne einen Weg über die Berge. Ich weiß nicht, ob er noch sicher ist. diese Zettel, den dabei hattest, er zeigt einen geheimen Gang durch den Wall. Ich verstehe nicht, was er zeigt. Das ist ein einfaches Papier. Ist es nicht. Ja. Papier ist eine magische Aufzeichnung über eine potenzielle Sicherheitslücke im Wall. Diese Sicherheitslücke könnte dazu führen, den Wall zu sprengen. oder eine besonders perfide Falle sein. Es hat auf jeden Fall etwas mit einem Dämon zu tun. Das letzte, was ich gesehen habe, als ich diese Zeichnung in den Händen hielt, war eine dämonische Fratze. Das wundert mich nicht. Wer weiß, was da in der Nähe dieses Walls passiert, wie viele Tiere da lauern oder was für Schrecken da sonst noch herrschen. Unvorstellbare Schrecken, unvorstellbare Schrecken. Ich war dort vor 16 Jahren, bin durch den Wall durch. Ich habe nie gedacht, dass ich je wieder in die Nähe dieses Gebildes komme. Kommst du auch nicht? Naja, wenn wir da durchwollen auf dem Rückweg. Wir gehen da durch. Du bestimmt nicht. Warum? Du hast eine Tochter, meine Liebe. Das weiß ich, brauchst du mir nichts zu sagen, aber sie ist... sie ist erst zehn, auch wenn du gerne so... Zehn. Erst. Schon zehn. Hätte ich sie nicht gehabt, damals wäre ich mit Answin geritten. Wir werden nicht viel Zeit haben. Da ist noch etwas, was ich euch noch nicht gesagt habe. Mein Geist, er ist so durcheinander. Ich vergesse die Hälfte. Ja? Zählt. Sie greifen an. Sie werden bald angreifen. Ja. Sie wollen den Wall angreifen. Wer? Das ist der Grund. Meine Leute und noch andere wahrscheinlich Verbündete. Ich weiß selbst nicht genau, wer. Aber sie wollen den Wall stürmen. Dann können wir nicht über das Gebirge. Das dauert zu lange. Wir müssen über das Gebirge. Wir können nicht durch den Wall. Das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord. Nicht wir alleine. Da gebe ich Elena recht. Du kennst die Gerüchte. Du weißt, jeder, der dahin geht, der kommt nicht wieder. Ich weiß, ich habe die oft genug gehört. Über das Gebirge. Wir müssen über das Gebirge. Egal wie. Wir müssen auf die andere Seite. Das Gebirge. Wir müssen ihnen so schnell wie möglich diese Nachricht überbringen. Wenn die Armee auf den Vornasch ist, dann... Hat sie gesagt, wann sie los will? Wie viel Zeit hat sie dir gegeben? Wie lange bist du schon hier unterwegs überhaupt? Es ist nicht sicher. Zwei Wochen ist alles verschwemmt. Zeug. Lass nicht sagen. Es würde Wochen dauern. Das würde Wochen dauern. Zu dieser Jahreszeit friert es schon und nicht alle Wege sind passierbar. Es wäre riskant. Es würde lange dauern. Es spielt keine Rolle. Wir müssen Wochen geben es keinen anderen Weg. Sanns sich aus meinen fettes Fliegen und das ist so auffällig. Und woher bekommen wir irgendetwas her, was uns darüber fliegen könnte? In diesen Landen? Was uns nicht auffrisst? Was uns nicht auffrisst? Ja, nichts. Nicht albern. Wir müssen darüber, so schnell wie es geht. Von welcher Seite aus ist diese Schwachstelle? Gibt es einen Anhaltspunkt? Die Schwachstelle ist auf eurer Seite. Und auf der anderen Seite lagert das Heer der Boroniten, den Golgariten, die versammelten Truppen, um den Wall anzugreifen. Tausende werden sterben, wenn sie den Wall ohne Vorbereitung angreifen. Das hat Borondria aber einkalkuliert. kämpfend sterben. Beim Versuch sterben oder erfolgreich sein. Landrix Aufgabe war, eine Nachricht zu überbringen und rechtzeitig zurückzukehren. Ich habe versorgt. Ich habe versorgt. Du hast nichts anderes tun können, als zu versagen, mein Junge. Wir werden nicht rechtzeitig kommen, oder? Wir können nicht rechtzeitig über die Berge und sie können sie nicht warnen. aber ich versteht diese Schwachstelle, oder? Ihr begreift, wie sie funktioniert, wie sie aufzubrechen ist. Das Einzige, was mir das Schriftstück sagte, ist, dass man es kann nicht wie. Für ein wie müsste ich davor stehen. Gehen wir dorthin? Dann haben wir keine andere Möglichkeit. Dann müssen wir dorthin. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diesen verödeten Landstrich Frieden bringen können. Das ist Wahnsinn. Ja. Tja. Und? Und wo müssen wir anfangen? Das ist die einzige Möglichkeit. Waren wir noch länger hier einfach rumsitzen und nichts tun? Soll ich Jahre weiter Tag aus diesen Krämer Alarm betreiben und auf der faulen Haut sitzen? Auch wenn wir etwas dafür tun könnten, dass es den armen Menschen besser geht? Das ist unsere Chance. Unsere Chance, etwas zu ändern. Etwas wirklich zu ändern. Bitte. Bitte. Mich hast du. Ich bin dabei. Und ich habe zwar keinen Stab mehr, aber ich bin auch dabei. Ich habe hier nichts, was sich zum Leben lohnt. Ich habe etwas, das sich hier zum Leben lohnt und ich will ihr keine Zukunft hier geben. Ich will es nicht ertragen, wenn sie noch länger hier aufwächst. Es ist ein Geschenk der Leuen, aber trotzdem soll es besser haben, als ich jetzt die letzten 16 Jahre. Ich komme mit, sonst sterbt ihr schon auf dem Weg dorthin. Danke. Ich danke euch allen. Mit dem Blick auf das Bündnis von Neu-Ogren-Wacht im Keller von Oskos Krämer-Laden verlassen wir die Szenerie. Für heute. Ja, wir haben ordentlich überzogen, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine halbe Schnuff vorgeplinkt gehabt. Das stimmt. Ei, ei. Hey, ist noch keiner gestorben. Noch nicht, das Pferd. Das Pferd, ja. Das Pferd wurde bezahlt. Mein Gott, also das gute alte Pferd wurde gut bezahlt. Über Preise verhandeln wir noch. Ey. Ja, ein Super- Mir fällt es so schwer, diesen meckerten alten Bock zu spielen. Das kannst du sehr gut. Ein Superstart in die Runde, finde ich. Ja, und mal schauen, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, was ihr noch irgendwie mit dem Dorf sonst noch irgendwie macht, und wie ihr zum Wall gelangt und was ihr da irgendwie zu tun bekommt. Ihr habt viel zu tun, wir werden einiges erleben, glaube ich. Mir macht das unglaublich viel Spaß mit euch, das ist gerade sehr, sehr schön. Ich muss gar nicht so viel machen. Ihr macht das alles so. Das ist immer ein gutes Zeichen als Spielleiter, wenn man nicht viel machen muss. Und ja, in zwei Wochen geht es hoffentlich weiter, wenn wir alle wohl auf sind. Und was ich so aus den Kommentaren hier rauslese, ja, seid ihr alle auch dafür, dass es schnell weitergeht? Horcht auf Answin, ja, Answin bei Neu-Ogren-Wacht für ein, zwei Wochen damals. Genau, Answin hat ja mal einen Befreiungszug geleitet in die Ost-Rabenmark und hat für kurze Zeit einen großen Teil der Rabenmark befreit, konnte den Wall aber auch nicht halten und ja, von daher ist Answin für die Rabenmark eigentlich eine Art Befreier gewesen in dem kurzen Zeitraum, aber der hatte halt nicht vor, die Rabenmark wirklich zu befreien, sondern der wollte da nun durch und das hat er damals auch geschafft. Genau, auf dem Weg ist er halt bei Elena auch vorbeigekommen und eigentlich hätte sie mit seinem Heer ja mitziehen können, aber hat sie nicht gemacht damals. Ja, er hatte ein kleines Kind, der fast knapp ein Jahr alt war, reitet man nicht mit. Genau, ja. Ja, was wir mit dem machen, mit dem Kind, ist noch eine andere Frage. Es gibt noch Gesprächsstoff mit Astronio, eindeutig. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel Gesprächsstoff zwischen euch allen, glaube ich. und ja, ich hoffe irgendwie, dass wir schöne Runden erleben, aber ich denke, wenn das ein bisschen so wird wie heute, dann kriegen wir das definitiv hin. Hier wird auch vom M-Chat Applaus gespendet, zwischendurch haben die Leute auch geschrieben, dass ihr besser seid als eine TV-Serie. Das heißt, ein tolles Kompliment, ja. Sie kommt nicht mit, sie ist noch viel zu jung dafür. Ist das meine Tochter? Aber nein. Da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Ey, wenn ich sie festbinde, wenn ich sie festbinde, ey. Ich habe noch die, ich habe die magischen Fesseln noch, ne? Ja. Ja. Und zur Not setze ich die ein. Ja, bitte. Ich sehe ihr das mal, ja, nein, ich bin sie einfach fest, wenn sie schläft. Hau ab. Ich lasse, ich lasse den Zauber erst los, wenn wir so, wenn wir so, schon so 50 Kilometer weg sind. Ja, wir werden das erleben, was, was, was passiert mit den Kindern und, ja, wie das alles, das wird, denke ich, auf jeden Fall Thema, der nächsten Session auf jeden Fall sein. Und, ja, könnt ihr euch dann auch schon mal auf was, auf was freuen, genau. Ja. Vielen, vielen Dank an Sierra, Kako, Marot, Ossi und Elanor. Ich kann euch ganz kurz mal, falls ihr, nicht genau wisst, was ihr in den nächsten zwei Wochen ohne die illustren Gestalten machen sollt, kann ich euch die Kanäle von den, denjenigen ans Herz legen, die, äh, einen besitzen. Hier zum Beispiel der Ossi, den findet ihr auf Twitch und auf YouTube und auf Twitter. Yep. Lasst ihm da ganz viel Liebe da und was könnt ihr da sehen bei dir? Momentan auf YouTube recht wenig, da kriege ich momentan, ich kriege es momentan, mich nicht aufgegriffen, Videos zu drehen. Aber, äh, auf Twitch dann und wann momentan, ähm, äh, momentan habe ich neu angefangen mit Dragon 1 Inquisition, äh, Dragon Age Inquisition ist ein neues Projekt, was aufgekommen ist und dann geht es jetzt noch an die Witcher 3 DLCs demnächst. Mhm. Ja. Nestorion DT sagt, ein Golgerid lässt auch kein von Boron berührtes Kind zurück. Naja, vielleicht ist sie ja nicht von Boron berührt, sondern von wem anders. Das weiß ich ja nicht. Oder vielleicht ist er einfach nur ein bisschen wirr. Naja, ähm, Kako hat auch einen Kanal, mehrere, ist auf, äh, YouTube, Twitter, Instagram und Twitch unterwegs. Ja, genau. Ähm, YouTube-Videotechnisch, äh, sind die meisten Videos, die ich momentan hochlade, eher als Stream-Zusammenfassungen, denn ich streame verhältnismäßig, regelmäßig, äh, ähm, zum Thema Tabletop, nämlich, äh, bemale ich ganz viele Miniaturen online. Ab und zu gibt es dann auch nochmal eine Runde, aber bisher ist leider noch nichts Konkretes geplant. Ähm, genau. Ja, das nächste Mal wird es vermutlich was wieder bei mir auf Twitch geben, mit, zu auf die Miniaturen, die ihr im Hintergrund seht, ähm, eventuell, ja, im Leroy kann man sie sehen. Und, ähm, kann auch nicht genau sagen, wann, allerdings werde ich das dann immer zeitlich auf meinen Social-Media-Kanälen, du hast ja schon gesagt, Twitter und Instagram dann auch bekannt machen, genauso wie auf dem, äh, Nerdpol. Da mache ich einfach auch nur ein Event. Jawohl. Dann könnt ihr auch mal bei Marot vorbeischauen, der hat eine eigene Homepage und YouTube, Twitch und Twitter. Was gibt's da zu entdecken? Ja, ich mache, äh, die Homepage heißt Rollenhörspiel.de und da mache ich genau das, Rollenhörspiele, also letztlich das, was wir hier auch mit dieser Sache hier machen werden, das wird ja auch zum Podcast, ähm, äh, geschnitten noch ein bisschen und solche Sachen mache ich dort auch, alle möglichen verschiedenen Sachen, auch DSA, ähm, aber auch viele andere Sachen und ja, einfach mal drauf gucken, da kommt man dann auch auf meinen YouTube-Kanal, wo ich dann auch mal, wo man mich dann auch mal sieht, streamen tue ich auch, allerdings noch sehr wenig und sehr unregelmäßig, das habe ich noch nicht so raus, wie ich das genau, wie viel ich da machen will, aber, also, hauptsächlich mal auf die Seite schauen, da findet ihr eigentlich alles, was ihr von mich wissen müsst. Genau, schaut da vorbei. Und, äh, ja, Sierra hat keine Kanäle, aber ein Instagram, wo ihr ihr folgen könnt und liebe Daumen. ein Instagram und auch ein Twitch, da bin ich allerdings nicht so, äh, Das habe ich noch gar nicht. Ah, das gebe ich dir gleich. Ähm, Sierra unterstrich Streams, äh, ist das auch auf Twitch, da stream ich auch mal gerne, meistens bemale ich im Moment Miniaturen, auch gemeinsam mit dem Kako zusammen. Das heißt, wenn ihr dem Kako mal folgt und da mal reinschaut, dann könnt ihr auch eventuell mich mal sehen und umgekehrt. Da habt ihr noch den Link zu, zu Twitch. Und, äh, Elanor, kann man auch folgen, auch auf Instagram. Ja, bei Instagram habe ich jetzt hauptsächlich die letzten, letzten Tage so ein bisschen Werbung für unseren Stream gemacht. Ansonsten könnt ihr hin und wieder mal ein bisschen was aus meinem Leben da sehen, also rollenspieltechnisch poste ich da nichts, aber ein bisschen, äh, von meinem Balkongarten gibt's hin und wieder mal Bilder oder so. Ja. Schauen, vielleicht ändere ich das noch, aber momentan. gleich grau nur. Du kannst dich jetzt gleich vor, vor, äh, vor Follows oder ich kenne mich mit Instagram nicht aus, was man aber so macht. Gar nicht retten wahrscheinlich. je nachdem, ja. Schaut mal rein. Das ist nicht mein Medium, aber gut. Ja. Ja, okay, also, äh, folgt den Leuten und lasst ganz viel Liebe da und dann sehen wir uns in dieser Konstellation wieder in zwei Wochen. Und, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an euch, dass ihr mitgespielt habt und so, so hervorragend die Geschichte mit uns, mit, äh, mir zusammen erzählt. Ähm, war, glaube ich, ein super Start und wir verabschieden uns für heute Abend. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Lülülülü. Ihr könnt ja auch mal, ähm, da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.